Also jetzt ist das Leben für mich wirklich schön, weil ich wieder alles so wahrnehmen kann, wie alle anderen Leute auch. Dass ich sogar manchmal denke, ich kann das sogar besser wahrnehmen. Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren. Mein heutiger Gast interessiert mich ganz besonders. Bevor ich den vorstelle, möchte ich euch zuerst den Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Clark. Wenn euch Versicherungen, genauso wie mir, regelmäßig auf die Füße fallen und ihr keinen Durchblick habt, dann ist Clark genau das Richtige für euch. Clark bringt Klarheit in die komplexe Welt der Versicherung. Einfach die App herunterladen, schnell registrieren und angeben, welche Versicherung ihr bereits habt. So sind sämtliche Details zu den bestehenden Verträgen übersichtlich und jederzeit digital und ohne Papierkram, sehr, sehr wichtig, verfügbar. Clark ist dauerhaft kostenlos und 100% unabhängig von einzelnen Anbietern und empfiehlt euch regelmäßig Versicherungen, die am besten zu eurem aktuellen Lebensstil passen. Und das Schöne ist, Clark gibt allen Podcast-HörerInnen einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die App herunterladen oder direkt auf die Webseite gehen, clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich und bei der Registrierung den Gutscheincode MATZE eingeben. Die Teilnahmebedingungen findet ihr in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an meinen Werbepartner Clark. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Kurt Krömer. Kurt Krömer ist Komiker und für mich ist er der Berliner Komiker, wenn nicht sogar überhaupt der Komiker schlechthin. Angefangen hat er auf der Bühne der Berliner scheinbar vor drei Gästen jahrelang, musste er sich am Existenzminimum nach oben spielen. 2003 kam Kurt Krömer dann zum Fernsehen, hatte da verschiedene sehr erfolgreiche Shows und es ging immer bergauf scheinbar. 2014 beendete er allerdings seine Fernsehkarriere und konzentrierte sich lang auf sein Bühnenprogramm. Wir haben uns 2018 zum ersten Mal hier im Hotel MATZE getroffen. Damals hat er gerade überlegt, mal wieder was im Fernsehen zu versuchen, eine Art Comeback zu starten. Und ich würde sagen, dass es ihm sowas von gelungen. In Schill Krömer, seinem genialen Fernsehformat, trifft er auf Freunde und Arschlöcher. Anfangs wusste man nicht genau, wer wer ist, jetzt weiß man so ein bisschen besser. In seiner Vorhörzelle sitzen Bushido, Erika Steinbach, Teddy Tecklebran. Den Grimme-Preis gab es schon und ich schaue wirklich jede Episode. Ich bin ein Riesen-Fan. Als ich Kurt das erste Mal getroffen hatte, wusste ich ihn noch nicht so richtig einzuordnen. Was war da jetzt die Kunstfigur Kurt Krömer? Was war der echte Mensch Alexander Beutzahn? Es war auch noch nicht so klar, wohin geht es jetzt als nächstes. Es war super nett, aber irgendwie uneindeutig. Für ihn wahrscheinlich auch. Bei dieser Begegnung hier ist es komplett anders. Mir gegenüber saß keine Kunstfigur, sondern der echte, der eindeutige und auch einmalige Alexander Kurt Krömer Beutzahn. Wir sprechen über seine Depression und sein Outing als Depressiver. Im vorletzten Jahr gab es eine sehr aufsehenserregende Schee Krömer-Folge zusammen mit Thorsten Sträter. Da hat er zum ersten Mal darüber gesprochen. Was danach in seinem Postfach los war, konnte er kaum fassen. Auf jeden Fall ganz, ganz viele Gründe seiner Erfahrung ausführlich im neuen Buch. Du darfst nicht alles glauben, was du denkst und auch hier im Podcast zu teilen. Ich wollte wissen, welche Erfahrung hat er durch sein Outing gemacht? Welche Erfahrung hat er in der Klinik gemacht? Warum hatte er solche Angst vor einer Gruppentherapie? Wie haben die Patienten reagiert, dass dort plötzlich dieser Kurt Krömer saß? Und wie hat sich sein Leben seitdem verändert? Wir sprechen über seinen Alkoholentzug, über Gefühle, über ihn als Vater, über Familie, Freunde, aber auch über Schee Krömer, die Arschlochliste, sein Comeback und ganz, ganz viel mehr. Ich finde, es war ein sehr, sehr, sehr besonderes Gespräch hier im Hotel Matze. Bevor es hier losgeht, noch drei Hinweise. Wir haben dieses Gespräch vor dem Krieg in der Ukraine aufgenommen, deshalb thematisieren wir das auch nicht. Zum Zweiten, wir haben hier sehr, sehr intensiv über psychische Krankheiten, vor allen Dingen über Depressionen gesprochen. Das heißt, falls ihr betroffen seid, bitte, bitte hört diese Folge mit Vorsicht an. Triggerwarnung. Und wir haben mitgefilmt. Auf YouTube gibt es zwei längere Ausschnitte aus diesem Gespräch zu sehen. Vielleicht mache ich das in Zukunft öfters. Mal gucken, was ihr sagt. Hier gibt es jetzt erst einmal das komplette Gespräch zum Hören. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Kurt Krömer. Du bist ja auch Punker gewesen. Ja, Ex-Punker. Aber ich hatte das, wir sind dann irgendwann in so einer Dachgeschosswohnung in Brenzlauer Berg gezogen. Und ich habe mich richtig geschämt von meinen Freunden. Und ist ja immer wichtig, abgezogene Dielen? Ja, alles. Das war eine Zeit lang, die haben immer gesagt, du, ich habe jetzt eine Dachgeschosswohnung mit abgezogenen Dielen. Das war immer ganz wichtig. Das ist so wie, ich habe mir einen Pulli gekauft, Schlussverkauf. Naja, das können die Deutschen sowieso nicht so gut, ne? Also auch zu sagen, ich habe das oder ich... Ja, ja, guck mal, ich habe mir jetzt eine Uhr gekauft, kostet 5000 Euro, ist die nicht schön. Der Einzige, der das macht, ist Felix Lobrecht. Der hat eher... Der kennt das von den ganzen Rappern. Der hat ja so eine 42.000... Guck mal hier, 85.000 Euro. Felix auch, 42.000, guck mal, ja. Und ich finde es irgendwie geil. Also ich möchte das nicht haben, aber ich finde das irgendwie geil. Ich gucke mal bei Sido dann und sage so, gib mal her. So, lass mal gucken. Wir laufen bestimmt schon seit einer Stunde, ne? Wir laufen eigentlich, wir sind eigentlich schon... Ich bin eigentlich kurz vor der Plakationfrage. Du hast von draußen, wir sind bestimmt schon Mikrofone, wenn man ankommt, ne? Das ist alles schon... In der U-Bahn. Wir sind aber auch schon ewig verabredet eigentlich. Ja. Wirklich schon richtig... Aber wie lange? Seit zwei Jahren. Nee, seit letztem Herbst oder so. Nee, ja? Doch, stimmt, nach der Depression. Du hast mich angefragt und dann durfte ich noch nicht sagen, dass ich ein Buch schreibe und dann habe ich zu dir gesagt, im Herbst, da platzt der dicke Otto. Das Buch, alter Vater. Da hast du... Hast du gelesen, ne? Da hast du an Otto gelassen. Für mich ist das ja so, dass ich habe... Also ich weiß ja nicht, wann das jetzt hier ausgestrahlt wird. Das Buch kommt ja am 10. raus. Und ich habe aber das Gefühl, das ist schon draußen. Weil ich jetzt schon so oft darüber geredet habe, der ganze Prozess immer mit dem Verlag hin und her. Das ganze Feedback, was man jetzt schon bekommen hat, habe ich schon das Gefühl, das ist schon längst draußen. Und ich weiß gar nicht, also ich spüre das, dass mir das richtig, also im positiven Sinne um die Ohren fliegen wird. Es ist, glaube ich, hundertprozentig, dass dir das richtig um die Ohren fliegen wird. Im positiven... Aber sag nochmal, dass du im positiven... Es ist natürlich im positiven... Nein, ich glaube, weil das... Da kommen wir, glaube ich, im heutigen Gespräch irgendwann sicherlich drauf, dass das ein Buch ist für Männer... Also ich bin 42, du bist... 47. 47. Und das ist für uns Typen, also in diesem Alter und auch alles, was noch älter ist, total ungewöhnlich. Dass man darüber spricht, oder was? Dass man darüber spricht und ich glaube, also ich habe ganz viele Sachen erkannt darin. Aber ist das bei dir so, dass du auch privat nicht darüber sprichst und dann trennst? Weil ich habe ja getrennt, ich habe gesagt, ich spreche schon mit allen darüber, aber eben nicht in der Öffentlichkeit. Na, aber du hast... Das war jetzt der Schritt, dass ich gesagt habe, also wenn das so extrem krass angenommen wird, dann ja gerne, also lasse ich gerne mal die Hose runter, so. Aber privat spreche ich schon darüber. Aber seit wann? Schon immer. Aber das Depressionsthema... Depressionen habe ich ja erst so richtig diagnostiziert bekommen vor zwei, also zwei Jahre vor der Klinik. Ja. So, und davor habe ich klar gesagt, irgendwas stimmt mit mir nicht, dass ich zur Therapie gegangen bin und da saß und dann immer dachte so, okay, das hat vielleicht noch mit dem Alkohol zu tun oder so. Dass ich auch dachte, eigentlich bin ich geheilt, ich habe gar nichts, ich bilde mir das ein. Dieses Hypochondratum. Dass man dann sagt, ich gehe zur Therapie oder so, das habe ich, klar, habe ich, das wussten alle. Das kenne ich auch. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich jetzt Applaus dafür kriege, wenn ich jetzt öffentlich sage, ich gehe zur Therapie, wenn ich denke, ich habe was oder wenn ich merke, ich komme nicht weiter. Du hast es ja, also veröffentlicht wurde es ja am 22.03. Hast du den, war der, ist die, war die Ausstrahlung von dem Thorsten Streeter Podcast muss ich jetzt sagen, keine Ahnung, das war im März, genau. Was hast du gedacht, was passieren wird, wenn du das machst? Also so wie das in dem Buch geschrieben habe, war das, dass Streeter gesagt hat, also jetzt wirst du dich aber umschauen, mein Freund, da wird jetzt eine Lawine auf dich anrollen irgendwie, das kriegst du alles selber nicht bewältigt und dann dachte ich so, jetzt halt mal hier die Füße still irgendwie, also da wird es bestimmt ein paar Reaktionen geben. Ich habe ein Jahr vorher, glaube ich, mich nochmal geoutet als trockener Alkoholiker, da gab es auch viele positive Feedback, aber nicht so krass wie jetzt bei diesem Outing der Depression. Aber was hast du, also hast du, du hast dir das ja überlegt, also du bist ja, du hast gesagt, okay, ich will das jetzt in der Sendung machen, hast du das vorher mit ihm abgesprochen oder war er das? Also er war mein Wunschkandidat, weil ich wusste, dass er öffentlich darüber spricht. Also ich hätte jetzt nicht, ich hätte das nicht gewollt, dass ich jetzt einen Kollegen anspreche, wo ich vorher nicht weiß, sprichst du überhaupt darüber? Also da war Fakt, ich brauche für diese Sendung jemanden, der ganz offen darüber spricht und der vorab nicht sagt, darüber spreche ich jetzt oder darüber nicht. Aber er wusste nicht, dass du es ihm sagen wirst? Ich habe gesagt, könnte sein, dass ich das Thema anschneide, weil ich auch vorher wirklich, ich hatte ja Angst auch. Also ich habe gesagt, das könnte sein, dass ich das kurz anschneide und hätte aber auch sein können, dass das ja nicht stattgefunden hätte. Weil du dann in dem Moment das nicht gespürt hättest und gesagt hast, nee, lieber doch nicht. Ja, genau. Was war die heftigste Reaktion, die du gekriegt hast? Also das, erstmal war das krass und hat mich auch ein bisschen erschrocken, wie sehr das reingehauen hat. Also dass die Leute gesagt haben, danke, dass sie das öffentlich machen, dass sie über diese Tabu sprechen. Und das hätte ich vorher nicht gedacht. Also war es dir nicht bewusst, dass das so ein Tabu ist? Das ist so ein Tabu ist nicht. Ja, das hat mich auch überrascht. Also die Kommentare darunter sind ja unglaublich. Ja, das ist ja, also ich habe, also ungelogen bestimmt 10.000 Nachrichten bekommen über alles. Über Social Media, über Facebook, über Insta, per Fax, per Brief, Anruf, alles mögliche. Und haben die Leute sich bedankt oder was haben die geschrieben? Die haben sich bedankt. Also endlich, endlich habe ich, kann ich mal meinen Mann sagen, was mit ihm los ist? Oder der Mann hat geschrieben, endlich kann ich das Tape mal meiner Frau zeigen und sagen, was mit mir los ist? Und allein diese Spiegelung, dass Leute gesagt haben, boah, ich habe ja die gleichen Symptome, also vielleicht bin ich auch depressiv, vielleicht gehe ich mal zum Arzt. Also dass das stattgefunden hat, das hat schon was freigesetzt. So wie bei mir damals auch. Ich habe ja Mörderangst gehabt davor, in so eine Klinik zu gehen, wo ich dachte, um Gottes Willen, nee, möchte ich nicht. Aber du hast geahnt, also das hast du ja schon gesagt, dass da irgendwas, irgendwas ist. Also irgendwas stimmt mit dir nicht. Also du bist ja, du hast dich checken lassen, MRT, du hast alles überprüft, bist zu einem möglichen Ärzten gegangen. Ja, ja. Ich habe das auch in Frage gestellt. Also ich wollte, als ich im MRT drin war, als der, meinen ganzen Körper scheibchenmäßig da durchgegangen ist, irgendwie dachte ich, jetzt muss ich mal was finden. Und er sagte, ist nichts. Und ich habe dann die Zweifel, ich habe gedacht, okay, dann hast du vielleicht gar nicht studiert. Du bist ein Scharlatan. Du lügst doch. Oder setz eine Brille auf, geh zum Augenarzt. Da muss irgendwas sein. Kann ja nicht sein. Und wieso bist du nicht auf die Idee gekommen, dass das eine Depression sein könnte? Ich habe immer gedacht, das ist Stress. Ich habe gedacht, das ist Stress. Ich habe gedacht, das ist einfach eine verkorkste Kindheit, die da stattgefunden hat. So, dass du negative Flashbacks hast. So, dass du denkst, oh Gott, wie scheiße war mein Leben eigentlich? Und sowas habe ich mir gedacht. Du bist, ich bin alleinerziehend, weißt du? Also ich habe halt Stress den ganzen Tag, wo ich dachte, okay, vielleicht ist das Kinderburnout oder so, habe ich auch gedacht, weißt du? Ich bin ja andauernd stärker unter Strom. Wahrscheinlich ist es deswegen auch, dass da so viele Reaktionen kommen, weil du bist letzten Endes, also ich glaube, man merkt genau das, dass es dir genauso wie allen anderen gibt. Ja, genau. Die anderen denken auch nicht, ich habe jetzt eine Depression, sondern die denken auch alle, ja gut, ist halt viel mit den Kindern und dem Garten und der Arbeit dann noch. Dass du auch so die Einstellung hast, also da dachte ich zum Beispiel, ich habe doch genug Kohle, ich habe ein großes Haus, ich darf mich nicht beschweren. Das hatte ich auch. Also ich bin jetzt der Letzte, der irgendwie sagen darf, mir geht es nicht gut, weil ich einen grauen Schleier über meinem Kopf spüre oder so. Also diese Erlaubnis zu sagen, mir geht es scheiße. Mir geht es scheiße, also nach dem Motto, naja gut, du hast ja genug Geld, du bist erfolgreich und so weiter und das darf ja nicht sein, dass es mir nicht so gut geht. Ich habe jetzt dann einen gesehen, der hat keine Beine, dem geht es viel schlimmer, ich darf nicht darüber sprechen, dass es mir schlecht geht. Ich habe ja noch meine Beine, sowas. Aha. Also sich das zu verbieten, zu sagen, mir geht es einfach jetzt nicht so gut. Und weißt du, wenn du mich fragst, wie geht es dir, bin ich jetzt soweit, dass ich sagen würde, okay, setze ich jetzt mal hin, ich erzähle dir mal drei Stunden, wie kacke mir das jetzt gerade geht. Früher hätte ich gesagt, ja, mir geht es gut. Und wenn ich dich jetzt frage, wie geht es dir? Ich bin, ich merke, dass ich krank bin, ich bin erkältet. Ja. So, ich habe jetzt die ganze Zeit, ich fühle, ich habe Corona, teste mich jeden Tag, habe aber Corona nicht. Dein, das Handy macht noch, macht noch. Muss ich das ganz ausmachen? Ja, du musst das. Man hat es gehört, dass es geklingelt hat, wie unprofessionell. Das kann, also das kann dem besten Medienmacher Deutschlands auch passieren. Das wird das erste Mal jetzt passieren. Ja, 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 ja. Wie war die Frage? Die Frage war, wie geht es dir jetzt? Ja, ich bin krank und ich habe 14 Kilo zugenommen und jetzt kriege ich schwer Luft und ich weiß nicht, kriege ich jetzt schwer Luft, weil ich erkältet bin oder weil ich zu dick bin. Ich weiß das nicht. Das ist das Ding. Aber ich würde sagen, dass es mir damit sehr gut geht eigentlich. Du würdest jetzt aber, wenn man dich jetzt so fragt, also wenn ich dich, wenn es dir jetzt nicht so gut gehen würde, also wenn du gerade, keine Ahnung, Schleier hast, dann würdest du das jetzt sagen? Ich würde dir das sagen. Ich würde dir sagen, pass mal auf, das ist heute passiert, deswegen geht es mir jetzt nicht so gut. Ich würde es offen machen. Dann wird vielleicht, traue ich jetzt die Sprache, vielleicht kriegen wir irgendwann die Kurve, aber ich würde dann sagen, pass mal auf, mir ist heute eine S-Bahn über den Fußi fahren. Früher hättest du das nicht gemacht? Nö, hätte ich durchgezogen. Ja. Dann hätte ich gesagt, mein Gott, wie lange habe ich hier bei Matze? Zwei Stunden ziehe ich durch das Ding. Ja, da kommen wir auch noch zu. Wir kommen heute zu ein paar Sachen. Die Akte liegt hier, meine Lieber. Die Akte liegt hier. Du hast heute ein bisschen mehr zettelt. Das erste Mal, als wir uns die getroffen haben, hast du einen DIN A4-Blatt. Nee, da hatte ich zwei. Jetzt hast du hier einen ganzen Aktenohr. Jetzt habe ich gesagt, es ist ja auch ein bisschen was bei dir passiert, muss man ja auch sagen. Und wann hast du und wie hast du genau realisiert, dass du Depressionen hast? Ich war eigentlich bei einer Familientherapeutin, weil ich Fragen hatte zu Kindern. Und mir ist dann aufgefallen, dass ich die ganze Zeit nur über mich geredet habe. Und dann fragte sie irgendwann, sag mal, bist du depressiv? Dann dachte ich, hä, wo kommt denn das jetzt her? Du bist Kindertherapeutin, geht doch nicht um mich, geht doch um die Kinder jetzt. Und sie hat dann gesagt, vielleicht bist du manisch depressiv. Und ich wusste gar nicht, was das heißt. Manisch depressiv ist, sie hat mir ein Beispiel gegeben. Sie hat den Klienten, der ist damals, als Tegel noch am Start war, ist der gelandet in Tegel und hat gesagt, ist das ein toller Flughafen, ich will den kaufen. Und der hatte jetzt nicht Kohle gehabt, sondern nicht viel. Und du bist dann in dem Film drin, dass du saßt, also ich rufe da jetzt an und frage, machen Sie mal einen Preis für diesen Flughafen kaufen. Also ein bisschen Größenwahnsinnig. Und das habe ich bei mir dann ausgeschlossen, wo ich gesagt habe, ich bin nicht manisch depressiv. Und da war dann auch das Thema Depression vom Tisch. Dass ich dachte, wenn ich nicht manisch depressiv bin, dann bin ich auch nicht einfach nur depressiv. Und wie ging es dann weiter für dich? Also ich habe das dann immer mehr und mehr angenommen, was die mir gesagt hat. Sodass ich dachte, naja, ich bin jetzt seit zwei Jahren auf der Suche. Ich beiße mich jetzt fest, weil ich möchte jetzt endlich irgendeine Diagnose haben. Und bin dann nochmal gezielt zu einem Psychiater gegangen, der gesagt hat, da liegt eine schwere Depression vor. Also schwer, es gibt eine einfache, eine mittlere und eine schwere. Bei einer einfachen irgendwie reicht es, wenn du einmal eine Woche eine Therapie machst, eine Stunde. Bei einer mittleren einmal die Woche eine Stunde Therapie plus Antidepressivum. Und schwere heißt, sofort vom Markt nehmen und ab in die Klinik. Gleich Antidepressivum und sofort täglich Therapie. Und ab welchem Punkt hast du es deinen Ängsten gesagt? Dass ich das hatte? Sofort. Also als ich wusste, das ist eine Depression, habe ich es allen gesagt. Und dann hast du also deine Mutter, die lebt ja noch bei dir. Und deinen Kindern, konntest du es denen sagen? Ich habe es erzählt, aber habe natürlich gemerkt, das ist schwierig, das ist sehr abstrakt. Also eine psychische Erkrankung, es raffen ja nicht mal erwachsene Menschen. Es sind ja selbst erwachsene Menschen angekommen und haben gesagt, lass doch mal deine scheiß Laune weg. Und wie willst du es deinen Kindern erklären? Auch eine Klinik. Also erklär mal Kindern, du gehst in eine Klinik, wo die Depression weggearbeitet wird. Warst du froh, dass du es endlich wusstest? Ja, ja. Also ich habe mich nach langer Zeit dann mal wieder gefreut. Ich musste anfangen zu weinen und dachte, boah, die Reise hat jetzt ein Ende. Jetzt hast du deine Diagnose, jetzt weißt du, wo du hin musst. Weil du die ganze Zeit das Gefühl hast, irgendwas stimmt nicht, irgendwas stimmt nicht und du hast den Leuten nicht vertraut. Und jetzt war im Grunde, ich hatte recht, ich wusste nicht oder niemand wusste, was es genau ist. Genau. Das war wirklich von einem Gefühl, dass ich dachte, ich werde wahnsinnig. Es war die Zeit, wo ich dachte, ich habe Hodenkrebs oder so. Dass da irgendein Krebs in mir streut irgendwie. Den größten Fehler, den man dann machen kann, ist, dass du ins Internet gehst, dass du guckst, wer hatte da die gleichen Symptome und dann ist völlig aus. Und wie sahen deine Tage da aus? Also zum Moment, als du die schwere Depression diagnostiziert bekommen hast, also was ich gesehen habe in dem Gespräch mit Thorsten, war ja, du konntest eigentlich nichts mehr. Also ich habe eigentlich die letzten Tage, Wochen nur noch gelegen. Also das war wirklich morgens aufstehen und denken, scheiße, wann wird es dunkel, wann kann ich mich wieder hinlegen. Also diesen, du hattest, ich hatte diesen Impuls nicht. Ich lag im Bett und dachte, ich komme gar nicht hoch. Ich würde eigentlich jetzt gerne zehn Stunden hier liegen, dass es dunkel wird wieder und ich dann die Berechtigung habe zu sagen, ich gehe jetzt ins Bett. Und wie hat das funktioniert mit den Kindern und deinem Umfeld? Das hat komischerweise, hat das mit den Kindern, dieses morgens aufstehen, hat geklappt. Also diese Sachen, wo ich wusste, das ist jetzt, das musst du jetzt machen. Ich kann nicht drei Monate jetzt sagen, geht mal in die Schule, wann ihr wollt, sondern diese Pflichtzeiten, morgens aufstehen, Brote schmieren, Kinder zur Schule schicken, zu Hause sein, wenn sie wiederkommen, Hausaufgaben und so machen, das hat funktioniert. Aber wirklich nur diese Sachen halt, dass ich wusste, aufstehen, in Empfang nehmen, Abendbrot machen, ins Bett schicken, die Sachen. Und damit war ich den ganzen Tag beschäftigt. Wie lange war diese Phase? Also die letzte krasse Phase, bestimmt sechs Monate. Sechs Monate? Und sechs Monate, ohne dass du wusstest, dass es das ist? Naja, das war, also es gab so Tage, wo ich dachte, ich gehe jetzt in die Notaufnahme und sage denen, pass auf Leute, ich weiß nicht, was mit mir ist, aber lasst mich hier, gebt mir irgendeine Berührungsspritze oder so. Und das war die Phase, aber auch, also diese sechs Monate waren auch, du bist, das war auch MRT und gucken, was es so sein könnte. Ja, das ging ja schon, also diese Ärzte-Odyssee ging ja schon vorher los, so zwei Jahre vorher oder so, habe ich es auch schon gehabt. Aber es wurde immer krasser, es ist so, als wenn ich dir meine Hände an den Hals lege und immer leichter, also immer fester zudrücke, immer so ein bisschen fester. Und zum Schluss war es wirklich so, wie du wirst erwirkt, wo Fakt ist, ich kann mich jetzt auf nichts anderes mehr konzentrieren. Da ist irgendwas, was mich gerade umbringt. Und aber in dieser Phase wussten die Leute dein Umfeld nicht davon, dass es dir so schlecht geht? Die haben es dann gemerkt, also du hast es schon gemerkt, also mein Umfeld wusste dann schon, irgendwas stimmt doch da nicht. Aber es ist halt keiner auf die Idee gekommen zu sagen oder wusste keiner, das zu deuten und zu sagen, das ist jetzt eine Depression. Das ist total abgefahren. Ist so. Also ich meine, ich habe mich auch selber nie damit beschäftigt. Mein Vater war stark depressiv so und er war so die Generation, die nicht darüber spricht halt. Psychische Probleme gibt es nicht, man geht auch nicht irgendwie zum Psychologen oder so. Das ist alles Klapse, ne? Das ist alles Klapse, du wirst fixiert, die arbeiten mit Elektroschocks und so. Also wirklich die, ja so Sachen, die mir aber auch so ein bisschen weiter vererbt worden sind. Also ich hatte ja auch Angst. Also ich habe jetzt nicht daran gedacht, dass ich da gefesselt werde und mit Elektroschocks behandelt werde. Aber für mich hatte das so, war das immer so ein bisschen spooky. Diese, da sind irgendwelche Menschen in weißen Kitteln irgendwie und die stellen dich dann ruhig. Und was machen die dann mit dir? Das hatte schon so ein bisschen was vom Horrorfilm. Deswegen wolltest du auch nicht in die Klinik, deswegen wolltest du damals auch nicht zum Entzug in die Klinik? Also ich war da, ich war in der Klinik irgendwie, habe schon alle so, habe die ganzen, habe den Test bin ich durchlaufen, habe Adressen und so abgegeben und habe mir dann nun mein Zimmer angeguckt und dachte dann, scheiße, ich muss hier raus. Das hat mich an ein Gefängnis erinnert. Das war so ein Raum, der war so zehn Quadratmeter groß. Da war so eine Pritsche, so ein kleiner Fernseher, kleiner Tisch irgendwie, kleines Schränkchen, wo ich so dachte, boah, dann bin ich da geflüchtet. Nach Hause hast du dann dich selbst erzogen? Ja, ich habe mit meiner Therapeutin damals gesprochen, habe sie gefragt, wie lange dauert das, bis der Körper vom Alkohol entwöhnt ist. Ja. Und dann sagte sie, ungefähr zehn Tage. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe jetzt 14 Tage, ist jetzt gerade keiner zu Hause bei mir. Ich gehe jetzt nach Hause, sperre mich zehn Tage ein und nach zehn Tagen melde ich mich wieder. Sollte ich rückfällig geworden sein, gehe ich in die Klinik. Wenn nicht, machen wir die Gesprächstherapie hier zu zweit weiter. Boah, das ist ja auch heavy. Also das ist ja ein total krasser, also krasses Ding, wenn du, du warst ja richtig abhängig und dann zu sagen, ich gehe jetzt nach Hause und es kann ja auch super gefährlich sein. Ja, also es war im Endeffekt, also es war schon schlimm. Ich habe drei Tage gewartet auf diesen, auf einen körperlichen Entzug. Ich habe gedacht, ich krall mich jetzt hier am Teppichboden fest und schreie, gib mir Alk, gib mir Alk oder so. Und ich dachte, ja, in die Stadt die Fund. Ich habe da drei, vier Tage darauf gewartet und habe gedacht, da kommt ja gar nichts. Und nach vier Tagen habe ich gemerkt, klar, ich habe keinen körperlichen Entzug, aber ich bin immer erst mittags schlafen gegangen, was ich vier Tage lang nicht gemerkt habe. Also das war die Psyche. Das hast du nicht gemerkt? Nee, ich war, also auch kurz davor, glaube ich, durchzudrehen, wahnsinnig zu werden. Also das gab ein Gedankenkarussell und das war sicherlich, war das schon, war das Alkoholentzug, aber auch ein depressiver Schub. Also ich bin richtig so paranoid geworden, ich bin fast durchgedreht. Du bist durch die Wohnung, durch dein Haus gelaufen, alleine? Gedacht, also ich habe den ganzen Tag nachgedacht. Ich habe gedacht und gedacht und hier ist da ein Problem und wie kriegt das hin und habe katastrophisiert und habe mich in irgendwelche, also wirklich paranoiden Zwänge reinbegeben und habe mich da drin gesuelt. Und dachte dann irgendwann, das ist ja komisch, du gehst ja um zwölf mal erst schlafen. Und irgendwann war das dann aber weg, also dann warst du entgiftet? Ja, dann ist der Körper entgiftet, sodass der Körper und auch die Psyche, also die Psyche braucht ja länger, Alkoholkrankheit ist ja auch für immer, also da habe ich jetzt mein ganzes Leben was von, das geht jetzt bis ich tot in die Kiste falle, so weiter, dass ich da aufpassen muss. Aber der Körper ist entgiftet und die Psyche ist erstmal so weit runtergedrückt, dass man weiß, okay, jetzt kann man mit so einer Gesprächstherapie anfangen. Aber im Nachhinein muss ich dir sagen, wäre es besser gewesen und es wäre auch schneller gegangen, wenn ich in eine Klinik gegangen wäre, weil die therapeutischen Sitzungen da halt enger gestrickt sind. Du bist halt den ganzen Tag da und du bist halt nach zwei Monaten so weit, wie ich dann nach, weiß ich nicht, drei Jahren oder so. Aber wieso bist du nicht in eine Klinik gegangen, die jetzt ein bisschen weniger, also die vielleicht ein bisschen mehr Bleiche sind als jetzt? So ein Wellness-Hotel. Ja, so Betty Ford. Ein Fünf-Sterne-Hotel, Room-Service. Genau. Ja, nee, ich hatte Angst vor Gruppentherapie, das war so das Ding. Ich habe immer angerufen irgendwo und habe gefragt, sagen Sie mal, gibt es bei Ihnen eine Gruppentherapie? So und das ist überall, du hast überall eine Gruppentherapie und die haben alle gesagt, ja, die haben wir. Und dann habe ich schon so angefangen mit, kann ich das weglassen? Also kann ich denn in der Zeit was anderes machen? Könnte ich Ihnen Geld dafür geben, dass ich das… Ja, genau, kann ich da, ich back dir einen Kuchen oder so in der Zeit oder räume die Klinik auf, kann ich mich da rausnehmen? Und dann haben alle mal gesagt, nein, das ist schon wichtig, versuchen Sie mal. Darf ich fragen, warum du so einen Schiss vor Gruppentherapie hattest? Weil du einfach, also ich erzähle jetzt von der Angst, die ich davor hatte. Das ist so, wir können ja nochmal darüber reden, was denn wirklich passierte. Aber du katastrophisierst halt so, also du denkst dann so, ey, da sind wildfremde Menschen. Du gehst jetzt wirklich so ganz tief rein in deine Ängste, in deine Gefühle, das sind wildfremde Menschen. Du weißt nicht, quatschen die das weiter oder so. Hattest du Angst, dass die wissen, wer du bist? Das auch, klar. Also das war ja, ich bin ja quasi zwei Personen. Ich bin so der öffentliche Kurt Krömer und dann gibt es ja nochmal die private Person. Da ist dann auch viel Kurt Krömer bei. Aber so den privaten Kurt Krömer, den kennt ja keiner. Und das wäre halt da der Fall gewesen. Gruppentherapie heißt, du lässt die Hose runter bis zum Gehtnichtmehr und gehst da ganz tief in deine Geschichten halt rein. Und davor hattest du Schiss? Davor hatte ich Schiss. Und du hattest... Auch bewertet zu werden, dass sie sagen, das weißt du, dieses Ding wieder so, mein Gott, du hast eine Fernsehsendung, du hast eine Kohle, du hast ein großes Haus und so. Dass du dich überhaupt hier reintraust irgendwie in unsere Runde, wo wir hier so viele ernsthafte, richtige, in Anführungszeichen, Probleme haben. Also vor dieser Bewertung hatte ich auch Schiss, so dieses, hab du dich mal nicht so albern, das bildest du dir doch ein. Also ich habe die erste Woche in der Klinik wirklich das Gefühl gehabt, ich bilde mir das ein. Und die anderen spielen, so die spielen so, der Typ spinnt, der hat gar keine Depression, der ist gar nicht krank. Das hattest du in der Klinik dann, also nicht in der... In der echten Klinik. In der ersten Klinik, also du bist ja dann mit der Diagnose schwere Depressionen, bist du ja sofort in die Klinik gegangen. Und da hattest du das Gefühl, die glauben dir nicht. Ja, die spielen mir vor, also die spielen das Spiel weiter, so von wegen, ja, ja, wir machen mal alle so, als wenn der krank ist. Und ich dachte die ganze, also die erste Woche so, nee, ist eigentlich bei mir jetzt gar nicht so schwer. Also nach, aber auch nach dem, weil du selber auch gedacht hast, naja, was, was, was habe ich denn alles? Ja, ja, ja. Also wie, wie gut, also wie viele tolle Sachen in meinem Leben habe ich eigentlich? Und ich bin trotzdem am, am rummeckern, ne? Also ich hatte diese Vorurteile so. Ich müsste doch mehr dankbar sein. Genau, sei dankbarer, hoffst du viel zu meckern. Und dann nach einer Woche wurde mir klar, nee, das ist, warum sollen die Leute hier spielen? Also warum sollen die Proben machen, wie sie mir vorspielen, dass ich krank bin, weißt du? Und dann machte das Klick, wo ich gemerkt habe, klar, das ist, ich bin hier im Krankenhaus und ich bin hier genau richtig. Wir haben uns ja im Herbst 2018 getroffen. Ja. Im schönen RBB-Sender. Im Keller. Im Keller haben wir uns getroffen. Und wenn du im Labor, da sind junge Leute, also wirklich jetzt, die sind nicht eingesperrt, aber da kommen junge Leute hin, die so an jungen, innovativen Projekten arbeiten sollen. Beim RBB ist das gewesen? Im Keller, in dieser Kaspar Hauser Suite da unten, wo keine Fenster sind, auch keine Luft hinkommt. Und es waren sehr, sehr alte Geräte da drin. Ja. Ich ärgere mich, dass wir, also heute haben wir Kamera mitlaufen, damals nicht, aber damals hätte man eigentlich. Das war geil. Das war wirklich wie, als wenn wir das für eine Million Euro ausgeliehen hätten, aus Babelsberg. Niemand hätte verstanden, warum haben die das, das passt doch eigentlich nicht zum Format, aber irgendwie abgefahren. Das waren so alte Kamerapumpen. Ja. Und wenn du jetzt auf den Kurt von damals guckst, was denkst du über den, der da damals? 2,18. Was haben wir jetzt? 2,22. Ja. Ich glaube, dass ich, also zu der Zeit, klar, ich war da auch depressiv, hab's aber nicht gemerkt. Die Schübe waren nicht so stark. Mhm. Ähm, richtig erinnern kann ich mich nicht. Wir sind ja in der Klinik auch zurückgegangen. Wir sind ja dann irgendwann, 30 Jahre waren wir dann in der Vergangenheit, wo ich dann zum Therapeuten gesagt hab, jetzt lassen Sie mal gut sein. Also, sonst kommt im Endeffekt noch raus, dass ich seit der Geburt schon depressiv bin, ne? Mir hat das dann nie reicht, irgendwie, als wir dann am 10. Geburtstag waren oder 12., keine Ahnung. Also, man geht dann immer wieder zurück und guckt, wo … Ja, man geht eigentlich, also ich hab immer, also da hatte ich auch Angst vor der Klinik, da dachte ich, ich bin jetzt schon jahrelang in einer Therapie gewesen, so einer Einzeltherapie. Und dann dachte ich so, boah, jetzt muss ich dir mein ganzes Leben nochmal erzählen, damit du dann so auf dem Stand bist, wie meine Therapeutin. Und dachte, ich brauche ja da Jahre für. Und dann vergesse ich vielleicht was, genau den Einsatz, weißt du, mit dem er mir helfen könnte. Da dachte ich so, ich muss irgendwie ihm alles jetzt nochmal sagen, was ich schon jahrelang der Therapeutin erzählt hab. Und er hat mir dann relativ schnell erklärt, das muss man nicht. Also, er muss jetzt nicht alle tören. Man geht einfach in die Vergangenheit. Man geht von der Gegenwart zurück in die Vergangenheit. Hast du ja herausgefunden, woher dieses Leistungsprinzip kommt? Weil das kriege ich, also das ist ja ganz offensichtlich einerseits nicht zustehen, dass es einem schlecht geht. Ich sag mal so, du warst acht Wochen in der Klinik, die musste aber unterbrochen werden, weil danach dazwischen noch ein Dreh stattgefunden hat. Ja, das war meine Idee. Das war auch völliger Schwachsinn. Also, alle um mich herum haben gesagt, bist du bescheuert. Genau, aber das ist ja so ein, du schreibst ja auch ein Buch, es wird durchgezogen, Arschbangen zusammenkneifen. Ich wollte also die Fernsehsendung, ich war vier Wochen in der Klinik, hab dann zwei Wochen unterbrochen für Sheik Römer, weil ich mir gesagt hab, ich möchte nicht, dass die Depression mich insofern besiegt, dass die Depression das hinbekommt, dass ich nicht mehr arbeiten gehen kann. Und ich hätte eigentlich drauf scheißen können und hätte sagen können, du bist jetzt in der Klinik, also du lässt einfach die Staffel weg und machst dann die nächste. Aber ich wollte nicht, weil es war ja alles schon in Vorbereitung und ich wollte das nicht. Weil ich glaube, ich hätte mich jetzt geärgert, dass ich gesagt hätte, da hat die dich besiegt, die Sau. Aber woher kommt dieses Leistungsangetriebene? Weil wenn man dich sozusagen auch die Figur Kurt Krömer kennt, ist es ja so ein bisschen der schöne Satz auch, ich probe ja immer nur, ich warte immer noch, dass die richtige Aufzeichnung kommt. Ja, dass du irgendwann mal professionelle Fernsehsendungen hast. Irgendwann mal professionell bist oder ich, als es um dein Buch ging, hab ich deinem Manager geschrieben, ging es um jetzt den Termin. Da meinte ich, hat das denn eigentlich schon fertig geschrieben? Das war im Januar. Also die Scherze darum, um die Nachlässigkeit und so ein bisschen Lesefähre. Also ich bin jetzt im Vorverkauf für mein neues Solo-Programm im Herbst und da habe ich zum Beispiel noch nichts gemacht. Also da hat das so ein bisschen was von Betrüger, der Karten verkauft für Sachen, die noch gar nicht existieren. Aber wie geht das zusammen, dass du auf der einen Seite sagst, morgen fängt die Tour an und ich habe noch nichts und auf der anderen Seite, hier wird nichts abgesagt. Manchmal denke ich oder sage das auch, dass ich so ein preußischer Anarcho bin, weißt du? Das ist schön. Also ich fange Krieg an mit dir, aber pünktlich um neun. Weißt du, ich komme jetzt nicht zehn nach neun, sondern um neun Uhr stehe ich vor deiner Haustür und haue dir auf die Fresse. Und dann geht es richtig los. Weißt du, also ich würde nicht zu spät kommen. Auf gar keinen Fall. Aber komplett alles zerstören. Jaja, aber pünktlich sein soll. Wenn ich sage, ich komme, dann komme ich auch. Heute zum Beispiel bin ich bei dir, ich glaube eine Viertelstunde zu spät gekommen. Das nervt mich total. Es ist für mich total okay. Ja, aber bei mir, ich weiß, dass das 15 Minuten geht eigentlich. Ich hätte auch sagen können, ich habe noch Interviews gegeben oder so. Aber das sind so Momente, das ärgert mich. Da bin ich richtig sauer. Ich weiß auch, dass du mir jetzt nicht den Kopf abreißt, wenn ich eine Viertelstunde zu spät komme. Aber ich denke dann, ey, du warst doch voll im Plan. Na, du hast dich verlaufen in Berlin. Ich habe mich, ja. Noch schlimmer ist ja, dass ich ein Navigationsgerät, also im Handy habe und mich trotzdem verlaufe. Ja, wenigstens warst du nicht in Spandau. Ja, so wie Polak. Als wir uns damals getroffen haben, ich wusste dich danach überhaupt nicht einzuordnen. Ich wusste nicht, ich konnte das gar nicht, manchmal hat man ja, man sitzt ja jemandem gegenüber. Ob ich jetzt doofer oder sympathisch? Ne, das schon, aber so dieses, jemanden so ein bisschen zu greifen zu kriegen. Und ich habe mich zum Beispiel gefragt, als ich das Buch jetzt gelesen habe, hätte ich dich damals fragen können, bist du alkoholkrank oder warst du das? Es ist spannend, es ist spannend. Also mich hat es natürlich keiner gefragt, weil es jetzt nicht, also es kam nie dazu. Es wusste ja keiner so. Aber wäre spannend gewesen, ob ich dann gesagt hätte, oh jetzt wo du mich gerade fragst, vor vier Jahren waren es dann glaube ich sieben Jahre oder so. Weiß ich nicht. Vielleicht hätte ich es gesagt. Vielleicht hätte ich gesagt, oh, das ist jetzt die richtig gute Frage. Jetzt knall ich es mal raus, dann ist es vom Tisch. Ja, also so wie ich die Figur Kurt Krömer gelesen habe, war ja eigentlich auch immer so ein bisschen Respekt und ein bisschen Vorsicht. Man weiß nicht genau, was jetzt. Dass du das jetzt haben. Das hatte ich damals. So ein bisschen so vorsichtig und ich habe mir die Fragen auch von damals. Haben viele Leute. Ja, ja, wenn die Leute mich auf der Straße ansprechen oder so, dann siezen die mich immer und denken glaube ich immer, wenn die sich jetzt falsch benehmen, dann haue ich die in eine rein oder so. Ja, irgendwie. Und das finde ich aber irgendwie toll, weil die mir halt nicht ins Kreuz schlagen und sagen, Krömer, erzähl mal einen Witz oder so, sondern das ist immer sehr, sehr nett. Also mir sprechen ja viele Leute an und dann, ich weiß, das hören sie schon tausendmal jetzt am Tag bestimmt, aber ich wollte sie trotzdem mal fragen, ob wir ein Foto machen können und dann der Maik halt ein Foto und gut ist so. Ja. Ich finde das Gespräch dann sehr freundlich, also die sind sehr respektvoll, ich bin auch respektvoll, verscheißer die dann so ein bisschen, dass sie so ein bisschen auch erzählen können. Ich habe den Krömer getroffen, der hat einen Witz gemacht oder so und dann ist das sehr angenehm. Aber so war ja damals quasi die Figur, also ja auch sehr getrennt, zu sagen, hier ist eine öffentliche Figur Kurt Krömer und hier ist Alexander Bolzschan. Balsch ausgesprochen, siehst du? Ja, Bolzschan. Soll ich dir wirklich sagen, ich habe es wirklich versucht zu üben? Erzähle seit 30 Jahren die gleiche Scheißgeschichte wegen diesem Namen, weil ich immer angesprochen werde, auch so Fragen, bei dir jetzt nicht, aber woanders. Wenn wir jetzt ein Interview führen, wer kommt denn von den beiden? Und dann bin ich jetzt dabei, das werde ich jetzt immer gefragt, auch wie kann jetzt eine Kunstfigur dieses Buch schreiben? Warum steht da nicht Alexander Bolzschan drauf? Weil Matze das nicht aussprechen kann. Ja, weil es keiner aussprechen kann. Also wenn ich beim Arzt bin, Herr Bolzschan, kommen Sie bitte, Herr Bolzschan, kommen Sie bitte einmal einen Brief bekommen an Alexander Baumzahn. Das war das Beste. Und deshalb der Name ist schwierig auszusprechen. Was mir aufgefallen ist, dass so eine Metamorphose stattgefunden hat vor zehn Jahren, dass ich jetzt behaupten würde, das ist alles komplett deckungsgleich. Die Vita von Kurt Krömer und Alexander Beutzahn ist deckungsgleich. 74 geboren in Neukölln, Ausbildung als Kaufmann im Einzelhandel, hat jetzt eine Sendung, Shea Krömer. Krömer hatte Depression, ich habe auch Depression, es ist deckungsgleich irgendwie. Auch die Themen sind nicht mehr so, dass sie jetzt nur noch fiktiv sind, ausgedachte Fantasiegeschichten, sondern dass es Sachen sind, die mich interessieren. Ich finde die AfD scheiße. Ich möchte kein AfD-Publikum haben. Also ich möchte nicht Krömer-Fans haben, die zeitgleich bei der AfD sind und Stenker seit sechs Jahren. Also habe die richtig rausgeekelt aus meinem Programm von meinen sozialen Netzen. Ein Anliegen von Alexander Beutzahn und auch von Kurt Krömer. Und von daher war Kunstfigur, glaube ich, jetzt nicht mehr so. Jetzt ist es nur noch so, dass ich sage, klar gibt es da Grenzen. Ich würde dich jetzt nicht zu mir nach Hause einladen. Ich würde jetzt nicht, in dem Buch, hat es auch lange gedauert, weil die Frage immer war, wie kann ich über meine Kinder sprechen, ohne meine Kinder zu verkaufen. Dass ich dann gesagt habe, okay, ich nenne jetzt nicht den Namen, das Geschlecht, das Alter, das lasse ich raus. Das würde ich jetzt auch immer noch machen, dass ich dir nicht gerne sagen würde, wo wohne ich jetzt, wie geht es den Kindern, wie heißen die, was machen die, dass ich das weglasse. Und das lässt auch Kurt Krömer weg. Aber verwirrt die Leute. Ich merke das immer bei Interviews, weil Journalisten dann immer so fragen, als wenn da noch so ein großes Geheimnis ist irgendwie. Und für mich ist es immer sehr unbefriedigend, weil die dann immer mit so einem Fragezeichen über dem Kopf das Haus verlassen. Und ich dann denke, habe ich es denen jetzt richtig erklärt? Du meinst Birgit Schowanger, wenn sie bei dir zu Hause wieder war. Genau, Markus Lanz. Weißt du, dass ich dann denke, also ich habe es ja jetzt beantwortet, so die Frage. Hast du das jetzt auch verstanden? Die wollen diese Kunstfigur, die wollen, dass da noch was anderes stattfindet. Und ich sage dann immer, eine Kunstfigur ist für mich Horst Schlemmer. Das ist die perfekte Kunstfigur, wenn man weiß, das ist nicht Happe. Der ist verkleidet. Oder was auch Christian viel gemacht hat, Christian Ulm. Ja, genau, Teddy zum Beispiel auch. Absolut. Ein Meister der tausend Figuren. Und der braucht ja nichts. Nee. Der braucht einfach nur einen kleinen Bart und fertig. Ich hasse ihn dafür. Ja, es ist schlimm. Es ist richtig schlimm. Der hat alles in den Hosentaschen und kann drei Jahre auf Tour gehen, der Penner. Ich wollte aber was anderes wissen. Und zwar wollte ich wissen, also es wirkte zumindest so, als ich das Buch gelesen habe, dass es nicht nur eine Kunstfigur nach außen gab oder die auch eine gewisse Abgrenzung hat. Jetzt sehr weniger oder jetzt hast du ja gesagt, das ist jetzt eins. In dem Buch habe ich gedacht, dass es auch nach innen, also in einer Art Doppelleben stattgefunden hat. Eben nicht zu sagen, also dieses, dass du in der Klinik bist, wie lange du da gebraucht hast, dass du es deinen Produzenten gesagt hast und so weiter. Also dass das so ein großes Ding war. Und es wirkte so plötzlich wie so ein Doppelagent, der so auf allen Ebenen so ein bisschen Angst hatte zu sagen. Also einerseits natürlich auch gar nicht zu wissen, was los ist, aber so richtig offen zu sein. Und ich habe mich gefragt, wovor du Angst hattest eigentlich. Na, ich habe es ja beim Management natürlich gesagt, Friedrich Küpersbrüche, meinen Produzenten auch, weil zu der Zeit war ja die Vorbereitung für Schickrömer. Und die Klinik war eine Tagesklinik, das war immer um 16.30 Uhr oder so war es zu Ende. Und ich hätte dann acht Wochen lang lügen müssen, hätte zu Friedrich immer sagen müssen, ich kann immer erst um 18 Uhr. Also was ein völliger Blödsinn ist, weil wir uns sonst jetzt immer um 10, 11, 12, 15, 16 Uhr treffen halt. Und da habe ich gesagt, pass mal auf, ich habe jetzt keinen Bock, dich hier wochenlang anzulügen. Ich sage jetzt, was Phase ist. Und er sagte sofort, komm, wir lassen das, denn wir müssen das nicht machen. Und ich habe gesagt, doch, wir müssen das machen. Und Angst, ich hatte, als ich in die Klinik, als es so zwei Tage davor war, fragte mich mein Management, was ist denn, wenn jetzt die Yellowpress dich irgendwie abschießt. Weil ich fahre ja immer mit der U-Bahn und so. Und man hätte jetzt, also man kann, man hätte mich jetzt verfolgen können und man hätte dann gewusst, okay, der ist bei Matze heute. Man hätte mir nachlaufen können, Fotos machen können. Und da habe ich gemerkt, so, da bin ich richtig sauer geworden, weil ich dachte, wenn jetzt die Bild-Zeitung mich abschießt, also wirklich ein Mann, der total krank ist, der komplett am Boden ist, davon dann Fotos zu machen, das abzudrucken und mich dann wie die Sau durchs Dorf zu jagen, mit der Überschrift, er ist todkrank, er ist in einer Klinik, da dachte ich, macht doch ihr Schweine, weißt du, weil da wären die wirklich die Schweine, die eine kranke Person vorführen und sagen, guck dir an, das kranke Schwein, wir haben ihn fotografiert. Und da dachte ich, nee, also dann offen bitte. Dann gehe ich damit offen um. Aber nach innen hattest du es ja auch ein bisschen eigentlich, also so wie ich zumindest, oder habe ich das im Buch falsch verstanden? Nein, also das ist dieses auch nach innen, also dass man auch dem, jetzt hast du erst gesagt, deiner Mutter hast du es gesagt und deinen Kindern, aber sonst hatte ich, ich hatte so das Gefühl, Davor schon, davor war es schon so, wo ich so, also wo ich das erste Mal gehört habe, so, dass ich um eine Klinik nicht mehr drum rum komme, da war es krass. Da dachte ich so, oh Gott, also bevor ich das meinen Kindern, meiner Mutter und Freunden erzählt habe, war das schon krass, wo ich dachte, oh, ich muss das jetzt machen, ich komme da nicht drum rum. Was passiert da jetzt? Auch die Frage, was ist, wenn die mich abschießen, wenn die mich, wenn die darüber berichten oder so, habe ich das dann noch unter Kontrolle oder so? Also war eher auch nach innen eine Angst, dass es sich nach draußen trägt? Ja, dass irgendwas passiert, also ich war ja beschäftigt auch mit der Klinik, was passiert eigentlich in einer Klinik, wo keiner was mitkriegt, was passiert denn mit mir? Also komme ich da so raus, wie ich vorher war oder werde ich jetzt hier zum Esoteriker und verkaufe nur noch Steine, an denen man lutschen muss, wenn Vollmond ist oder so? Ich habe da riesige Angst vor gehabt, dass ich in so einem Walle-Walle-Kleid jetzt rumrenne, alle missioniere und sage, Matze, du guckst so traurig, vielleicht solltest du mal in eine Klinik gehen, weißt du? Und das ist Gott sei Dank nicht passiert. Hast du noch nicht gesagt heute, nee. Ich missioniere nicht, ich würde dich auch nicht darauf ansprechen, ich bin für dich da, wenn du mich fragst, wenn du fragst, wie war denn das bei dir oder was passiert denn bei so einer Therapie oder so, dann gebe ich gerne eine Antwort, vielleicht kann ich dir dann helfen. Hattest du Angst vor Ablehnung oder Kontrollverlust oder was war das? Naja, wenn du dir vorstellst, dass es dir richtig scheiße geht und du weißt nicht warum, dann hast du wegen jedem Pipi-Kram hast du halt Angst. Also ich hätte auch, glaube ich, nicht während der Klinik-Zeit mit irgendjemand öffentlich darüber gesprochen. Also diesen Prozess in der Klinik hätte ich nicht begleiten lassen wollen. Ja. Hat es auch damit zu tun, dass man lustige Menschen nicht ernst nimmt? Also ich erinnere mich an eine Szene in deinem Buch, in der du deiner Ex-Freundin erzählen möchtest, dass du Erektionsprobleme hast und du erzählst es ihr, hast dir vorher aber mit Tabletten sozusagen hochgeholfen. Ja, sie hat halt gelacht und hat gesagt, also wir hatten eben gerade sehr guten Sex und ich merke da nichts von der Impotenz. Und da war der Punkt, da hätte ich sagen müssen, ja, weil ich eine Pille geschluckt habe, habe ich mich nicht getraut. Aber kennst du das, also auch nicht nur, das ist ja eine sehr, ich fand das schon eine sehr krasse Situation, aber kennst du das auch in anderen Situationen, dieses, dass man vielleicht auch gar nicht wüsste, wenn jetzt, wenn du mir sagst, mir geht es nicht so gut. Und der Kurt, der ja gerade noch bei Shea Krömer und so weiter, dass man denkt, ja, nice one. Wo ist die Kamera, habe ich irgendwas? Nee, da hätte ich jetzt keine Angst vor. Also wenn es mir jetzt scheiße geht, würde ich sagen, mir geht es richtig scheiße, dann würdest du lachen. Irgendwann würdest du schon merken, dass es mir scheiße geht. Spätestens morgen früh um neun. Also das, nee, davor jetzt nicht. Also ich hatte auch keine Angst vor. Also ich glaube, ich hätte das alles vor zehn, zwölf, fünfzehn Jahren nicht gemacht. Also ich habe auch, ich frage mich heute noch, warum ich erst nach zehn, elf Jahren gesagt habe, dass ich trockener Alkoholiker bin. Das hätte ich auch schon vor fünf Jahren sagen können oder vor einem oder vor neun Jahren oder so. Aber was ist, also das meine ich. Damals war es, glaube ich, wirklich so die Angst, dass man dann nicht mehr gebucht wird, weil die dann sagen, oh, der ist schwer alkoholkrank. 30 Tage Tournee kannst du mit dem nicht machen oder hier jetzt eine Fernsehsendung oder in einer Serie ist der nicht tragbar, weil der kommt ja nicht, weil der rückfällig wird oder so. Die Angst war schon da. Ich glaube, vor 15 Jahren wäre auch die Angst gewesen zu sagen, ich war depressiv, weil dann Leute gesagt hätten, nee, den buchen wir nicht mehr. Und da ich jetzt aber so fest im Sattel sitze und auch nicht angewiesen bin auf Anfragen, weil ich Sachen selber mache, wie Schee Krömer, dass ich mir das Konzept selber ausdenke, dass ich selber zum Produzenten gehe und sage, ich würde gerne, dass du das machst, hast du da Bock drauf? Also ich bin jetzt nicht angewiesen, dass einer mich anruft und sagt, wir würden sie gerne fünf Jahre beschäftigen. Und deswegen kannst du das jetzt auch eher sagen als vor 10 oder 15 Jahren? Weil sich die Zeit auch geändert hat. Die Zeit hat sich geändert. Ich glaube, dass vor 10, 15 Jahren die Presse, also die Yellowpress mich durchs Dorf gejagt hätte. Und heute sind wir hellhöriger. Also kannst du dir vorstellen, dass wir, du hast einen Prominenten, der vorgeführt wird, weil er krank wird. Ich glaube, es würde den Shitstorm des Jahrhunderts geben, dass die Leute sagen würden, ihr Schweine, lasst das, das ist pietätlos. Ja. Der ist krank, so was macht man nicht. Ja. Und das gab es vor 15 Jahren, glaube ich, wäre das schon eine geile Story gewesen. Man hätte sich da nicht so gewehrt. Man hätte halt gesagt, ja, ist halt die Yellowpress, mein Gott. Also bei mentaler Gesundheit gebe ich dir recht. Ich glaube, da ist das ansonsten, glaube ich. Alkohol, glaube ich, auch. Alkohol wäre auch ein tolles Thema für Yellowpress, dass man dann jahrelang beobachtet wird, wird da jetzt wieder rückfällig. Oh, der Gast war zu hart, trinkt da jetzt wieder oder so. Das ist heute nicht so. Nee, glaube ich. Da ist man ein bisschen vorsichtig. Wenn man weiß, ist es eine Krankheit. Ich fand das bei Harald Junke immer so scheiße, dass der war schwer krank. Der Typ war richtig schwer krank. Und da immer zu sagen, ja, ist so lustig, jetzt hat er sich wieder einen angetütert, ist rückfällig geworden. Früher waren es halt lustige Geschichten. Ich habe da auch drüber gelacht. Im Nachhinein dachte ich, aber ey, der Typ war schwer krank, Leute. Und ihr macht euch da lustig drüber. Ja, ich meine, letzten Endes, was das Thema Alkohol betrifft, ich trinke auch keinen Alkohol seit vier Jahren, drei Jahren. Und ich finde es erstaunlich, dass es immer noch allgegenwärtig ist, überall. Wir waren jetzt im Urlaub und das ist der einzige Moment, wo wir wirklich Fernsehen gucken, weil Fernseher im Hotelzimmer ist. Und dann haben wir Bachelor geguckt. Bachelor. Ich habe Temptation Island jetzt mal geguckt. Auch geil. Es holt dich schön runter. Da wird ja nicht nachgedacht. Das ist nicht politisch. Da geht es nur darum, sind die Augenbrauen schön tätowiert, sind die Brüste toll gemacht und so. Es ist ja null Anspannung. Aber beim Bachelor wurde wirklich die ganze Zeit ununterbrochen gesoffen. Es war wirklich unglaublich. Das gibt es ja gar nicht. Das ist eine Sendung nur fürs Trinken. Komm, wir machen uns einen schönen Abend. Heißt immer Delirium Tremens. Absolut Delirium. Es war auch immer eine Sorte. Es war natürlich klar, dass es irgendwie Schleichwerbung war, aber die haben die komplett abgeführt, die Ladies, die ganze Zeit. Und das war wirklich ekelhaft zu sehen. Wie geht dir das, wenn du jetzt, wenn du bist trocken und du bist ja auch im Showgeschäft drin. Also du bist, du erlebst das ja eigentlich. Du, heute könnte ich beim Bachelor mitmachen und würde da sitzen und Fanta trinken oder so. Weißt du? Also das ist, da bin ich jetzt soweit. Ich kann in Kneipen gehen, Restaurants. Das ist überhaupt kein Problem. Und auch da ist halt die Offenheit gut, dass man, wenn ich dir jetzt sage, ich bin trockener Alkoholiker und wir gehen danach jetzt noch irgendwie was essen oder so, muss ich dir das halt nicht erklären. Wenn ich dann eine Fanta bestelle, weißt du Bescheid. Als ich mich dann noch nicht geoutet habe, war es schwierig, weil die Leute dann halt immer fragen, was hast du denn? Bist du krank? So, weil ich ein Wasser getrunken habe, ne? Was hast du denn? Bist du krank? Hast du gestern zu viel getrunken? Also das dauert ganz lange, bis die Leute raffen, nee, ich trinke halt keinen Alkohol. Die denken dann auch immer, wenn man es, also wenn man es sagt, wenn man so in so einer Runde ist, ich mache es sehr gerne, wenn so 10, 15 Leute am Tisch sitzen, die dann fragen, was für einen Wein wollen wir bestellen? Und dann sage ich ganz laut, ich bin trockener Alkoholiker seit 11 Jahren und dann ist Totenstille erstmal und dann merkt man so, dass die Leute über ihr eigenes Trinkverhalten erstmal nachdenken und denken, scheiße, bei mir ist es auch ganz zu viel. Und dann ist es so eine unangenehme Stimmung bei den anderen, bei mir nicht, weil ich bin dann geoutet und ich muss nicht über Wein reden oder Bier oder so und merke dann aber, dass die Leute das manchmal auch scheiße finden, weil die dann so merken, scheiße, ich trinke zu viel auch. Ja, 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 also es trinken eindeutig sehr viele Menschen viel zu viel Alkohol. Oder ich rede halt über, dass ich nicht mehr trinke und die bestellen sich eine Weißweinschorle nach der anderen, ist ja interessant, toll, dass du das geschafft hast, weißt du, und zack ist da so eine Flasche leer und ich habe das ja im Griff und so, also bei mir, da geht es um Genuss und so, aber auch da missioniere ich jetzt nicht, dass ich jetzt sage, Matze, du trinkst zu viel, lass das mal sein. Lass das mal mit dem Wasser sein. Also der Produzent und auch früher Booker und so weiter, die haben dir ja immer geraten, wenn es dir nicht so gut geht, mach nicht und lass es. Und du, haben wir schon gelernt, der preußische Anarchist, der zieht es trotzdem durch. Das sind die Eltern, ne? Das sind die Eltern. Meine Mutter ist jetzt 74, die ist jeden Tag im Garten und laubt hakt. Also laubt, hakt, hakt laub, laubt hakt, ist auch gut. Hakt laub, wo ich denke, Mutter, setz dich in die Hollywood-Schaukel, entspann dich. Gibt es denn jemanden, die steht jeden Tag um 34 Uhr auf und wäscht Wäsche, damit die denn um sechs fertig ist, die Maschine, damit die um 36 Uhr hängt. Und, weißt du, da petten wir alle noch. Und früher habe ich mich darüber aufgeregt, weil ich dachte, wie kann man denn, wenn man auf Rente ist, dann immer noch jetzt so zehn Stunden hart arbeiten. Und jetzt habe ich es angenommen. Jetzt sage ich so, okay, das muss ich akzeptieren. Da bist du halt so. Gibt es jemanden, von dem du dir was sagen lässt, auf dem du auch wirklich hörst? Ja, von Freunden so. Die dann sagen, ist too much jetzt oder Kritik zu Sendungen oder so. Palmer-Sendungen gab es voll den Arsch voll, also von der gesamten Belegschaft meiner Freunde, die gesagt haben, fand ich richtig scheiße. Wie auch einer. Ja, ja, ja. Und dann, ja, bedanke ich mich so, finde ich natürlich ärgerlich, wenn man kritisiert wird, ist es immer scheiße, aber dann denke ich immer, das Blödeste daran ist, dass die alle recht hatten, die Sendung war scheiße. Ja. Und das ist mir wichtig. Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch zwei weitere Werbepartner vom Hotel Matze vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Novafon. Novafon wurde bereits 1932 gegründet und entwickelt zusammen mit Therapeutinnen und Therapeuten zertifizierte Medizinprodukte hier in Deutschland. Ihre lokale Vibrationstherapie ist eine klinisch geprüfte Behandlungsmethode zur Schmerzlinderung. Viele von uns leiden unter typischen Homeoffice-Problemen, also ich zumindest. Der Rücken oder der Nacken ist durch das lange Sitzen vor dem Computer total verspannt oder schmerzt. Novafon kann euch dabei helfen, sanft und tiefenwirksam Schmerzen zu lindern und Verspannung zu lösen und ist auch noch ganz einfach am Schreibtisch oder auch auf dem Sofa anzuwenden. Ihr braucht einfach nur eine freie Hand und könnt euch ganz nebenbei eure schmerzenden Probleme stellen wegmassieren. Dank Novafon. Mit dem Code HOTEMATZE10, die 10 wird dabei als Zahl geschrieben, bekommt ihr 10% Rabatt im Online-Shop bei einem Mindestbestellwert von 49 Euro. Gültig ist dieser Code bis zum 31. März 2022 und ihr findet ihn zusammen mit dem Link natürlich auch in den Show Notes. Vielen herzlichen Dank an Novafon für den Support. Mein heutiger Werbepartner ist Taxfix. Wer sagt eigentlich, dass sich Steuererklärung für euch nicht lohnt und wer sagt, dass diese dazu noch kompliziert sein muss? Denn circa 9 von 10 NutzerInnen bekommen eine Steuerrückerstattung. Mit Taxfix geht eure Steuererklärung ab sofort einfach, sicher und vor allen Dingen schnell. Was ihr braucht, ist eure Lohnsteuerbescheinigung. Diese einfach in der App abfotografieren oder am Desktop hochladen. Eure Eingaben werden dann auf Richtigkeit geprüft. Ihr müsst dann nur noch ein paar einfach gestellte Fragen, das ist so im Interviewmodus, beantworten. Und dann wird eure Steuererklärung digital verschlüsselt über die offizielle Elster-Schnittstelle an das Finanzamt übermittelt. Also los geht's. Die App und die Berechnung eurer Erstattung sind kostenlos und unverbindlich. Ihr zahlt erst bei der Abgabe. Dann kostet Taxfix 39,99 Euro, aber ihr spart 15% mit dem Code MATSE22, die 22 als Zahl geschrieben. Gültig ist das Ganze bis zum 30.05.2022, also MATSE22. Einfach über die App oder taxfix.de loslegen. Den Code gebt ihr dann beim Bezahlvorgang ein und Taxfix regelt dann den Rest. Ganz einfach und unkompliziert wie alles bei Taxfix. Den Link und den Code findet ihr natürlich auch immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an meinen Werbepartner Taxfix. Und nun zurück zu Kurt Krömer. Kannst du dir jetzt mehr vertrauen, seit du weißt, was du hast? Ja, also ich kann, also was ich schon länger habe, so ist seit ungefähr zehn Jahren, ist, dass ich den Beruf voll im Griff habe, sodass ich nicht in eine Überanstrengung komme. Also ich komme nicht an den Punkt mehr, wo ich überarbeitet bin oder wo ich denke, scheiße, du hast 80 Live-Termine zugesagt und nach 40 kannst du eigentlich nicht mehr. Das weiß ich jetzt. Ich weiß, wie viele Live-Termine ich pro Jahr machen kann, wie viele Sendungen ich aufnehmen kann. Ich weiß, wann ich in Urlaub muss, wann Pause ist. Woher weißt du das? Also was sind für dich Signale? Naja, dass ich früher, war ich auch auf Tour und hatte so 60 Termine und dachte nach einem dritten Termin, ich kann nicht mehr, ist mir zu viel. Also das heißt, die hilft. Das habe ich jeden Tag gezählt. So, heute sind es ja nur noch vier von 60, jetzt sind es fünf von 60. Oh Gott. Ich konnte nicht mehr. Und das hat ja mit der Arbeit davor zu tun. Also wenn du jetzt im Dezember 40 Tage oder 30 Tage auf Tournee gehst, dann ist das halt scheiße, weil es ist Ende des Jahres. Also mach das schön im Frühjahr oder im Frühherbst oder so. Und teile dir das auf und nimm dir Pausen. Das habe ich im Berufsleben professionalisiert bis zum Gehtnichtmehr. Im Privatleben fällt es mir noch schwer. Also dir hat im Grunde die Erfahrung geholfen, also du wusstest, okay, ich zähle hier nur noch ab, beim nächsten Mal muss ich das komplett anders machen, dann hast du es anders gemacht. Ja, also haben wir jetzt hier in drei Sekunden besprochen, hat bei mir irgendwie 20 Jahre gedauert. Okay. Auch mit den Kindern dann später, als ich alleinerziehend war, bin ich halt dann nur noch fünf Tage im Monat auf Tour gefahren. Weil Fakt war, ich kann ja jetzt nicht zwei Monate am Stück weg sein, sondern dann war ich, das war noch vor Schickrömer. Immer fünf Tage im Monat auf Tournee und 25 Tage im Monat zu Hause. Das war der Deal. Ich so dachte, da bin ich also mehr zu Hause als andere Väter. Auf jeden Fall. Wenn ich dann von 9 bis 17 Uhr arbeite, da ist ein Künstler schon mehr zu Hause. Warum war dir das so wichtig, dass du deine Kinder zu dir geholt hast, also dass du, obwohl du eben auf Tour bist, natürlich auch deine Fernsehsendung hast und so viele Sachen, Interviews und so weiter, machst du gar nicht so viel. Interviews mag ich jetzt, also jetzt ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich so eine Ochsen-Tour, so eine Ochsen-Promotion-Tour mache für dieses Buch. Weil ich denke, das hat es verdient irgendwie, das gut zu bewerben, aber davor hätte ich dann halt gesagt, nee, muss ich jetzt nicht haben. Unter der Wocheninterview, essen Sie gerne Königsberger Klopse oder so, hätte ich gesagt, komm, das ist jetzt keine Meldung wert, lass mal weg. Essen Sie gerne Königsberger Klopse? Nein, habe ich es gestern gegessen. Sehr gerne. Und warum war das wichtig, dass deine Kinder so zu dir kommen? Ach, das war, ich habe ein großes Haus. Das war, ich habe gedacht, lasst doch die Kinder hier, wo sie waren irgendwie und ein großes Haus, kann mich darum kümmern irgendwie. Das heißt, die sind da auch aufgewachsen durch die Trennung? Nee, die sind schon, wir sind dann später erst da hingezogen, aber die waren halt da, ist schon dann die längste Zeit ihres Lebens. Sie sind jetzt länger da, als die Zeit, in der wir davor waren, dass sie lebt haben. Wie hat deine Mutter reagiert darauf, also deine 74-jährige preußische, frühe 4.30 Uhr Mutter? Meine Mutter, das wäre echt ein eigenes Buch. Also meine Mutter und mein Vater, das ist so ein Kampf, der glaube ich auch nie enden wird. Es ist einfach die Nachkriegsgeneration, Menschen, die nicht reden über ihre Gefühle. Also ich habe meinen Vater, ich habe mir vorgenommen, damals hat er noch gelebt, war ich 25, habe mir gedacht, ich mache jetzt richtig fertig und sage dir einfach, ich liebe dich. Ja. Mit 25, so lange, penetrant, ein Jahr, nach jedem Gespräch immer, ich liebe dich. Und nach einem Jahr, ich dich auch. Das war dann so mein Erfolg, wo ich dachte, boah, jetzt sind wir emotional aber richtig weit gekommen hier, Freunde. Also dieses nicht über Gefühle reden, nicht über Schwäche reden und diese ganze Scheiße, wie ein Mann weint nicht und so, keine Gefühle zeigen und so. Du musst stark sein und so, du bist doch ein Mann und so. Das geht doch nicht. Was ich alles scheiße finde, aber trotzdem hast du es ja in dir. Man hat es, ja klar. Du sagst, ich habe auch schon natürlich seit Jahren irgendwie gesagt, natürlich weine ich, wenn ich weine, dann weine ich. Aber du hast es trotzdem noch so in dir. Pünktlich sein, abliefern, du hast zu funktionieren, ein richtiges Scheißwort. Das wurde mir in der Klinik sofort abgewöhnt, funktionieren. Warum sind sie hier? Ja, ich möchte, dass es zu Hause wieder funktioniert. Und dann hat die Therapeutin gefragt, erklären Sie mir, was ist es? Ja, was ist es? Es muss funktionieren und dann arbeiten Sie da mit Robotern oder was. Du kannst nicht funktionieren. Matze, du musst funktionieren. Weißt du, also steckt dir Batterien in den Ohren und dann hast du zu funktionieren. Völlig, Berg, richtig, wenn einer, du hörst ja öfter, viele Leute sagen, Morgen ist Montag, da habe ich wieder zu funktionieren. Dann schrecke ich immer so zusammen. Dann denke ich, gleich kommt die Therapeutin rein und sagt, nee, erklären Sie bitte es und erklären Sie bitte funktionieren. Ich sage das aber auch ab und zu. Ich kenne das auch. Das funktioniert hier gerade gar nicht. Aber ist das eine deutsche Sache oder ist das weltweit so? Ich weiß es nicht. Also das ist ja, dieses Pflichtbewusste ist ja sehr deutsch. Das ist sehr deutsch. Wenn du in Spanien jetzt saß, wir treffen uns um neun, dann kommen die halt um halb zwölf. Der Deutsche ist dann schon irgendwie, der hat schon Gerichtsverfahren eingeläutet und verklagt ihn dann und sagt, wir hatten das aber so abgesprochen. Aber erzähl mir mal, wie du mit deiner Mutter drüber gesprochen hast, über die Depression. Also dieses, also ich kann mir vorstellen, sehr schambehaftet, weil man ja eben die Eltern kennt. Also bei dir lebt die Mama nur noch. Aber genau das, man will ja auch für die Mutter funktionieren. Also das ist ja auch, das ist ja glaube ich der Konflikt, der da ist. Wie hast du das gemacht? Also ich habe es dann angesprochen und es hat dann irgendwie fünf Minuten gedauert. Also es war jetzt kein stundenlanges Gespräch oder so. Es war dann halt so, ja okay. Also es war glaube ich so ein Ding so, bin ich aber froh, dass ich das nicht habe. Also das hat sie, glaube ich, gedacht oder vielleicht hat sie auch gedacht, naja, das, was der da alles für Blödsinn macht, ist ja klar, dass man davon krank wird oder so. So eine Sache. Also ich habe es nicht so, ich habe es nicht so angenommen als so verstanden, dass sie das jetzt richtig kapiert hat, was ihr da gesagt habt. Also sie hat mitgefühlt, das habe ich gemerkt. Das ist schon so, mein Sohn ist krank, mein Sohn muss in die Klinik. Also da war schon so Mitgefühl da. Aber sich da so auszutauschen, ich gehe jetzt in die Klinik und ich freue mich da drauf, weil da wird mir geholfen, glaube ich. Da ist dann bei den Alten schon irgendwie Schluss. Weil Klinik war wirklich für meine gesamte Verwandtschaft, war auch Krankenhaus zum Beispiel. Also sie hatten auch Angst vor Krankenhaus, weil die immer dachten, die gehen ins Krankenhaus, die müssen ins Krankenhaus und sterben dann da. Also ich meine zumindest, das kenne ich auch von vielen Männern, dass sie nicht zum Arzt gehen, bist du ja schon sehr doll zum Arzt gegangen und hast dich ja durchchecken lassen ohne Ende, weil du irgendwie herausfinden wolltest, was mit dir ist. Aber das ist ja, also das habe ich jetzt auch nochmal nachgelesen, das ist die häufigste Todesursache bei Männern unter 35 ist Suizid, weil sie Angst haben, sich irgendwie damit auseinanderzusetzen, was da eigentlich los ist. Ja, das ist krass, weil man dann weiß, ey, boah, hättest du dir Hilfe geholt, dann hättest du dir nicht das Leben nehmen müssen. Ist ja bei Depressionen auch so, dass du bildest dir ja ein, es geht nicht mehr weiter, du musst gar nichts mehr versuchen, dir kann auch keiner mehr helfen, es ist jetzt einfach vorbei. Wenn du da jemanden hast, der dir sagt, ey, pass mal auf, ich helfe dir da raus, dann ist das total geil. Mit welchem Bild von Männlichkeit bist du aufgewachsen? Also dein Vater scheint ja auch ein sehr strenger Mann gewesen zu sein, aber auf der anderen Seite auch. Sehr hart, es ist so wirklich so, oh, der hat auch immer so Filme geguckt, so Western mit Charles Bronson und so, weißt du, so harte Typen, ich weiß noch, Charles Bronson, nur das Weiße im Auge, so, das waren so die Western für eine Handvoll Dollar und alles so knallharte Typen irgendwie, die, also die Welt stand kurz vor der Bedrohung, es gab nur einen Mann, der helfen konnte, Charles Bronson, der hatte aber keinen Bock, bei ihm das sowieso nicht gut ging und so. Und dann hat er halt gesagt, okay, dann mach ich halt mit, so einsame Männer irgendwie, die viel Alkohol getrunken haben, die komplett am Arsch waren, das waren so Chuck Norris Typen und so. Hass ich bis heute, wenn du mir jetzt sagst, komm, lass mal einen Western angucken oder so, bin ich raus. Bei uns war es Bud Spencer. Ja, die mochte ich ja auch, das war ja noch toll, das war ja so Comedy dann auch. Also, das gucke ich heute noch teilweise gerne. Aber der Vater war sehr hart und war auch so dieses, dieses klassische Verhältnis Mann-Frau damals, ne? Die sagt, du gehörst in die Küche als Frau, du darfst nicht arbeiten, so. Meine Mutter ist 1986, hat die gesagt, irgendwie geh jetzt arbeiten. Und hat dann eine gescheuert gekriegt von meinem Vater, weil der komplett entsetzt war, wie kann denn jetzt eine Frau irgendwie sagen, dass die jetzt arbeiten gehen will, das gibt's nicht. Und dann hat meine Mutter das durchgezogen, dann kam die Scheidung und ja, seitdem war sie arbeiten. Und wieso ist es bei deinem Vater, der ja so Chuck Norris Fan war und ein Mann schafft das alles und so weiter, warum ist der dann, also was ich auch gelesen habe im Buch, am Ende quasi sehr einsam verstorben und als Trinker. Du, weil die ja total, die sind ja lebensunfähig, diese Männer. Also, wenn du jetzt der Meinung bist, deine Frau gehört in die Küche, mein Vater konnte ja gar nichts, der konnte nicht kochen, der konnte nicht waschen, der konnte nicht sauber machen, der wusste nicht, was für Putzmittel benutzt man wo. Also, die sind ja alleine total lebensunfähig. Und dass so jemand dann alleine komplett unter die Räder kommt, ist völlig klar. Ja. Ist wie ein kleines Kind, das ist wie, als wenn ich jetzt dem Achtjährigen sage, zieh aus, nimm dir selber eine Wohnung. So, dann kannst du dir vorstellen, wie es da die ersten fünf Jahre zugeht, weißt du, in der Wohnung von dem Achtjährigen. Wann hast du festgestellt, dass das Charaktereigenschaften von deinem Vater in der Kunstfigur Kurt Krömer gelandet sind? Relativ früh, weil das, was ich auf der Bühne mache, ist ja quasi so eine Rebellion gegen Choleriker. Also, wenn mein Vater uns angebrüllt hat, dann haben wir alle geweint. Wenn ich jetzt auf der Bühne stehe und rumbrülle, dann lachen alle. Also, das ist ja der umgekehrte Effekt. Also, die Leute lachen quasi über cholerische Ausbrüche, die es ja gibt. Also, ich habe das heute noch. Wenn einer richtig durchdreht, bin ich wie ein Zwölfjähriger, der sich wegdreht und wirklich lachen muss. Wenn sich so Speichelfäden bilden und so und der schreit und sich so überschlägt in der Stimme und so und richtig am Ende ist, weil irgendein Kack passiert ist, wo ich denke, mein Gott, kannst du das nicht leise sagen? Deswegen habe ich auch Luide von Nessu geliebt, dieser ewige Choleriker. Ja. Wegen der kleinsten Mücke irgendwie, bam, sofort an die Decke. Und das ist so die späte Rache an Rumschreien, cholerisch sein, psychischen Druck aufbauen oder so. Hat dein Vater das jemals live gesehen, was du da machst? Ja, ja. Er war auch, er war sehr stolz auf mich. Also, als ich so, ich weiß gar nicht, wann ich die ersten Auftritte so richtig, also wo so richtig Publikum da war, wo mal so 50, 60 Leute waren. 25, glaube ich, 26. Und er war dann stolz. Aber hat er erkannt, dass er da so ein bisschen … Nee, das glaube ich nicht. Also, für meinen Vater waren die anderen ja mal die Doofen. Also, wenn man gelacht hat, kann ja nicht ich gewesen sein. Ja. Und er war stolz und ich war stolz. Und ja, ich habe den, also, ich habe ihn ja auch geliebt. Ich habe ihn ja hasst und geliebt. Er fehlt mir auch so, er fehlt mir jetzt. Ich habe immer gedacht, ich kann nicht hinbiegen. Ich habe immer gedacht, ich kriege meinen Vater dahin, wo ich stand oder wo ich gerne stehe. Wie meinst du das? Naja, dass man, ich wollte ihm immer mal helfen. Er hatte so eine kleine Wohnung irgendwie, wo ich dachte, du kannst ja auch eine größere nehmen. Ich habe ja Geld, ich kann dir das bezahlen. Dann hat mein Vater mal Klamotten gekauft. Also, wie bei so einem kleinen Kind. Da habe ich gesagt, ey, jetzt wird Herbst. Also, die Jacke muss jetzt ein bisschen dicker werden. Komm, wir gehen mal zu Karschaden und ich kaufe dir mal was Schönes. Ich wollte den so mitnehmen. Komm, zu mir nach Hause, wohnen bei mir, weißt du. Nimm Kontakt auf, quatsche mit uns und so, besuche uns. Also, führe mit uns unser Leben, was wir führen. Dass die Tür immer offen ist, dass wir über alles quatschen und so. Und das schaffst du aber nicht. Warum nicht? Weil die Alten da verstockt sind. Ich merke das jetzt bei meiner Mutter, die wohnt seit Jahren bei mir. Und das ist manchmal wie so eine fremde Frau, die da im Haus lebt. Als wenn du in einem Mietshaus bist, wo du weißt, unten ist eine ältere Dame, die wohnt da. Wir haben jetzt nicht viel Kontakt irgendwie, aber die ist da. So fühlt sich das manchmal an. Und wie machst du das dann mit den Kindern? Naja, die schicke ich denen runter, wenn die sagen, wir wollen zu Oma. Dann sage ich, ja, klingel mal. Also, da hast du keine Angst? Nee, da ist es ja auch nicht so, dass meine Mutter dann sagt, ich will ja keine Kinder haben oder so. Die liebt die auch. Nee, aber diese strenge, also ich meine, unsere Generation. Ja, diese Ess-Aufs, sonst gibt es nicht so Weihnachten-Ding. Genau, und der funktioniert ja gerade gar nicht, der kleine Torben. Triggert mich absolut. Bin ich schon manchmal durchgedreht, wo ich dachte, ey, komm, aufstehen, wir gehen hoch. Ja. Ja, wenn jemand dann denkt, man ist selber wieder zwölf, sitzt da am Tisch. Setz dich mal gerade hin. So, ich habe immer dieses Ellenbogen-Ding, dass ich beim Essen immer die Ellenbogen auf dem Tisch habe. Ja. Weißt du? Wo ich so denke, naja, wenn ich jetzt in so ein Peak-Finder-Restaurant gehe, dann kann ich das weglassen. Aber zu Hause, wenn man weiß, wie es geht, sage ich immer, dann kannst du die Ellenbogen auf dem Tisch machen. Ja, die Ellenbogen vom Tisch weiß ich bis heute nicht, warum. Weißt du? Hast du die Ellenbogen auf dem Tisch? Beim Essen? Oder ist es denn so sitzgerade? Ja, bei mir ist das auch. Also meine Frau sagt immer, wenn sie das jetzt hört, dann lacht die sich gleich kaputt, weil sie findet, dass ich ganz, ganz schlimme Essmanieren habe. Ja. Wieso? Weil du schmatzt? Ja, ich glaube, das liegt bei mir daran, dass es mir jetzt so ein bisschen… Oder schlingst du auch? Schlinge. So ganz schnell. Rein, schnell weg, auch kein Genuss, weg. Das muss jetzt weg. Das ist auch so was Deutsches, finde ich. Absolut. Also Essen, um dann wieder zu funktionieren. Essen, um wieder zu funktionieren. Ja, es ist ein Kraftstoff, rein, ich habe wieder Kraft, um jetzt wieder 10 Stunden ins Büro und dann wieder los. So bei den Italienern ist es so, da isst du vier Stunden Abendbrot und die quatschen und dann erzählen die auch, wie toll das Essen ist und wie das schmeckt. Ich kriege aber richtig heiße Füße dann. Mein Sohn, der ist ja wirklich sehr langsam und immer voll, also der labert und findet das ganz toll und bei mir ist echt immer so… Wartet ihr hoch, bis der Letzte dann fertig aufgegessen hat? Ja, leider. Manchmal stehe ich aber eher auf. Ich auch, muss ich sagen. Also ich sage immer, nee, wir warten jetzt, aber dann denke ich so, nee. Ich kann nicht mehr. Oder erst jetzt erstmal und dann kannst du ja wieder quatschen. Ja, aber diese, ich finde es interessant, dass unsere, also das, so einige Gäste ja, dass ich gedacht habe, Mensch, wir haben doch alle irgendwie die gleichen Eltern. Ja, ist so. Was denkst du, wie gucken unsere Kinder, also was ist bei, wenn jetzt so deine Kinder, mein Sohn interviewt jetzt irgendwann mal deine Kinder. Ja, was die dann über den Alten sagen. Was sagen die über uns? Die Polerik hat uns nur angeschrien. Also, nee, also mein Wunsch ist ja immer, dass ich sage, also wäre es schon schön, dass wir dann auch weiterhin Kontakt haben, auch wenn ihr nicht mehr wohnt. Auch wenn ihr nicht mehr wollt. Also ich sage auch immer, wenn ihr in 30 Jahren hier Heiligabend nicht unter dem Weihnachtsbaum bei mir sitzt, dann komme ich vorbei und dreht euch den Arsch, weil das muss, also Familie hört nie auf. Und ja, also perfekt bin ich sicherlich nicht so, da würde ich jetzt nicht sagen, ich bin der perfekte Vater, habe ich auch gelernt, das geht auch gar nicht so. Ich glaube, meine Eltern, würde ich gerade sagen, meine Kinder werden schon sagen, so, er war bemüht, so, weißt du, er war bemüht und hat es ganz gut gemacht, so. Mit all seinen Fehlern und Schwächen und, aber ich glaube oder weiß, dass es komplett anders sein wird, als bei mir und meinen Eltern. Also wir sind, glaube ich, nicht so verstockt. Wir sind schon kritikfähig, wir nehmen Kritik an, so. Wir haben sicherlich auch unsere Macken, aber dass wir jetzt sagen, ich rede jetzt hier nicht über Gefühle, weil ich bin der Vater und das gibt's nicht. Ja. Ich bin drüben, gucke Charles Bronson, das, glaube ich, gibt's nicht. Kennst du das, dass so Situationen, die man früher erlebt hat, also durch strenge Eltern vielleicht und wenn man die, wenn man plötzlich ist man in der komplett selben Situation? Ja, ja, klar, hatte ich einmal gehabt, habe ich mir gedacht, ich hacke mir jetzt die Hand dafür ab. Da habe ich gesagt, räumt jetzt unser Zimmer auf, sonst kommt morgen der Weihnachtsmann nicht. Da habe ich mir auf die Zunge gebissen und habe mich gefragt, hast du das gerade laut gesagt oder hast du dir gedacht? Ja, also diese schwarze Pädagogik, so, ist mir immer durchgerutscht und dann auch, manchmal habe ich dann jetzt nicht mehr, jetzt bin ich zu lange Vater, aber zum Anfang, ja, da muss man jetzt auf den Tisch hauen, da muss man jetzt mal streng sein und so, da darf man jetzt nicht alles durchgehen lassen, das ist alles Schwachsinn. Weil das ist immer so eine, das ist, du bist ja Familie, du bist halt das Oberhaupt, du brauchst einen fetten Neoprenanzug, das brauchst du. Weißt du, ich stehe zwei Stunden in der Küche und dann sagt einer, es schmeckt der scheiße. So, weißt du, und dann ist die Frage, weinig jetzt, kriege ich einen Nervenzusammenbruch oder akzeptiere ich das irgendwann? Du hast einfach, wenn du, ich habe vier Kinder, es schmeckt nicht immer allen, so, es kann ja immer perfekt sein. Was kochst du denn? Ich koche, ich habe jetzt, das letzte Mal, die ich kochte, war Spaghetti Bolognese. Ja, und Königsberger Klopse. Ne, Klopse hat gestern meine Mutter gemacht, Klopse kann ich noch nicht. Das wird mir jetzt gerade hier fast schon zu heiter, wir gehen nochmal, wir gehen nochmal. Wir müssen mal wieder ein bisschen, wir sind ja ja auch Mutter im Arzt, nicht wahr? Wir sind ein trauriger Ort hier, deswegen bin ich ja da. Ich weine auch immer, wenn du andere Gäste hast. Glaube ich dir nicht. So. Die Klinik. Ja. Deine Stimme hat sich richtig verändert gerade. Habe ich aber auch gerade gemerkt. Ich finde es auch geil. Dein Gesicht aber auch. Ich gebe ja die ganze Zeit so Interviews und dann weiß man ja, es geht ja um das Buch. Oh, was ist denn in dem Buch drin? Da geht es ja um Depressionen. Und dann ist es so lustig zu sehen, wie lange die Journalisten brauchen, bis die dann aufs Thema kommen. Aber wir waren ja schon beim Thema. Ja, ja. Also wir sind direkt reingestiegen. Ja, aber deswegen so Stimme verändern und dann sind die immer so ganz vorsichtig. So als wenn, kann ja sein, dass er darüber nicht sprechen muss. Weißt du? Da liegt es. Sie können mich über alles befragen, aber nicht über Depressionen. Bitte nicht. Also ich würde es nochmal versuchen, wann mit der Depression jetzt? Nein. Also du hast ja erst erzählt, dass du Angst vor der Klinik hattest, weil du vor allen Dingen auch Angst hattest vor diesen ganzen Gruppentherapien. Ja. Und mich würde interessieren, wie es denn jetzt eigentlich war. Also welches Bild, also das war ja offensichtlich anders. Absolut. Ja. Erzähl mal ein bisschen davon, weil du hast es im Buch nicht so richtig beschrieben. Also wie es da überhaupt aussah, was ich auch nicht schlimm finde, aber dafür sind wir ja hier. Nee, das war, am ersten Tag war ich richtig entsetzt, weil du zwischen den Sitzungen immer Pause hattest. Du hattest dann, sagen wir mal, um 9 Uhr, haben wir so eine Achtsamkeitsübung gemacht, hat man auf den Boden gelegen. Das war wie so eine geführte Meditation, einfach runterkommen, 20 Minuten bis 9.20 Uhr und dann hatte man so seine erste Sitzung dann um 11.30 Uhr. So, und ich als Preußer da reingekommen und dachte, das ist doch scheiße. Das muss irgendwie Z da sein. Ja, das sind ja hier nur drei Sitzungen pro Tag irgendwie. Wenn wir jetzt sagen, von 9 bis 17 Uhr acht Stunden durchtherapieren, dann bin ich nach einer Woche raus. Nicht hier von wegen nach vier Wochen Pause. Ja, was soll dann, sie können ja dann auch rausgehen, sie können ja was essen gehen oder können ja was lesen oder sie können in Ruhe rumgehen. Da dachte ich am ersten Tag, das ist doch scheiße hier. Und dann so nach zwei, drei Tagen, weil die Gespräche, die du führst, natürlich total intensiv sind. Also wenn du jetzt so Einzeltherapie hast und du gehst so deine Kindheit durch und merkst dann so, boah, das ist ja alles komplett scheiße gewesen, das ist ja grausam gewesen. Dann geht es natürlich ganz schön an die Substanz so, dass du dann Angst kriegst oder dass ich hab da viel geweint so, weil ich dachte, boah, ist das ein scheiß Leben. War das ein scheiß Leben. Und da ist es dann schon schön, dass du nach so einer Sitzung, wenn es so richtig in die Tiefe geht, zwei Stunden Ruhe hast. Und am zweiten, dritten Tag war mir dann klar, nee, also das ist schon alles sehr gut, weil es natürlich auch um Entschleunigung geht. Und dass du da nicht reingehst und sagst, jetzt wird hier durchgeheizt, weißt du, jetzt muss das effektiv sein. Ich bin selbstständig, ich kenne das so, da gibt es kein Wochenende und dieser ganze Blödsinn. Und wie sah das da aus, die Räumlichkeiten? Ja, wie so eine Wohnung eigentlich. Also ich hab auch erst gedacht, man kommt in so eine Klinik und ja, weil du halt Gruppentherapie machst. Also du sprichst ja, du bist ja nicht im Krankenbett oder so. Du liegst ja nicht im Bett und kriegst Infusionen oder so. Oder dann kommt der Arzt vorbei und dann gibt es Visite oder so. Sondern da geht es ja rein um Gespräche. Und diese anderen, sagt man dann Mitpatienten? Mit Patienten, ja. Wie viele waren das? Es war Corona, also relativ klein. Es waren 15, 16 Leute oder so. Eigentlich sind es 30 so und zu der Zeit aber nur 13, 14. Und es war ja hier in Berlin, wussten die, wer du bist? Das war ganz lustig, weil ich ja die Angst hatte, dass die mich dann erkennen. Und ich hatte auch Angst davor, dass die Leute denken, jetzt kommt Kurt Krömer und verarscht uns alle. Weißt du? Und macht sich lustig. Du bist ja depressiv und so, lach doch mal oder so, weißt du? Davor hatte ich Angst, dass die da nicht unterscheiden können, dass die denken, boah, jetzt wird es anstrengend, der Krömer ist jetzt mit dabei. Und die haben mich alle erkannt, aber haben nie was gesagt. Woher wusstest du, dass die dich erkannt haben? Das siehst du an den Blicken. Du siehst, wenn ich irgendwo reinkomme, dann weiß ich, okay, du denkst jetzt gerade, ach Mensch, das ist ja Kurt Krömer. Das sehe ich. Man merkt das auch an die Gesprächen. Jeder wird irgendwann gefragt, was machst du denn beruflich? Wenn du das nicht gefragt wirst, dann weißt du, okay, die wissen das ja. Und es war geil, weil es sie nicht interessiert hat. Also es war gleich so von der ersten Sekunde an, naja, der hat halt Depression, Punkt. Weißt du? Ohne sich erklären zu müssen. Ja, du bist ja was Besonderes, du bist ja prominent, da hast du ja eine bessere Depression. Dann weißt du, nee, da war klar, der ist depressiv. So wie wir auch. Und diese Gruppentherapien, fielen die dir dann leichter? Also ist es dir dann irgendwann gelungen, auch zu sagen, so, jetzt erzähle ich auch mal, jetzt bin ich nicht der Letzte? Die mussten immer lachen, weil, was hat die immer gesagt? Ich bin so übereifrig. Ich, also ich war der, der, wenn möchte, ja, ich, hab mich sofort gemeldet. Wollte immer so, also ich wollte, ich hatte das so in mir, umso schneller ich rede, umso schneller ich mich öffne, umso schneller bin ich hier auch wieder raus. Weißt du? Das hatte ich so die ersten Wochen, wo die immer gesagt haben, boah, sie sind immer so übereifrig. Wie schade, dass du Wertdienst abgebrochen hast, du wärst so ein guter Soldat geworden. Richtig gut, wa? Ja. Und ich war so, ja, überambitioniert, so, hab mich da schon schnell gemeldet. Und die Gruppentherapie war zum Schluss das, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Warum? Ja, einfach wegen diesem Reden und auch das so zu genießen, dass man sagt, boah, ist das geil, dass ich ja jetzt mal über meine Probleme reden kann und dass ich das so spielen kann. Immer wenn ich was sage, sagst du mir, der du mir gegenüber sitzt, kenn ich. So, das ist so ein geiles Gefühl, auch für Depressive. Zwei Depressive unterhalten sich und der eine sagt immer zum anderen, boah, kenn ich. Das ist so ein geiles Gefühl und auch ein guter Effekt. Das klingt absurd, aber die Depressiven denken immer, das, was ich hab, hab ich alleine. Kein Mensch auf der ganzen Welt hat das. Also muss ich auch mit gar keinem reden. Mich versteht sowieso keiner. Und das lernst du, deswegen hast du auch im Vorfeld nicht mit anderen Leuten gesprochen, die du vielleicht kennst, die eine Depression haben, sondern weil du dachtest, das kennt dann doch niemand? Ich wusste das ja nicht. Also ich wusste ja nicht, dass ich depressiv bin. Ja, okay. Das wurde mir dann erst gesteckt und da war dann auch nicht die Zeit, wo ich dachte, jetzt rede ich mal mit anderen Depressiven, sondern da stand ja schon alles auf, such dir eine Klinik und geh da rein. Ich wusste ja, dass das ansteht, dass ich mit Depressiven sprechen werde. Was weißt du jetzt, was war der Auslöser für die Depression, dass das so heftig geworden ist? Ist ja dann im Grunde, zumindest wie ich meine, eine Verschleppung im Grunde. Also wie so eine, keine Ahnung, man hat einen Fuß gebrochen, geht aber nicht zum Arzt und es wird dann einfach immer schlimmer. Die Ursache weiß ich nicht, keine Ahnung. Es war einfach so eine, wie eine Messi-Wohnung. Du hast eine Wohnung, eine Zwei-Zimmer-Wohnung, die bis zur Decke voll ist mit irgendeiner Scheiße. Und die wurde, diese Messi-Wohnung in meinem Gehirn wurde komplett leer geräumt. Und wo die Probleme weg waren, das war damals auch diese, die Potenzschwierigkeiten. Ich war ja beim Sexualtherapeuten auch, der hatte so ein lustiges Bild irgendwie, dass das die Schlecht unten und das Gehirn, die trennen sich dann. Also das die Schlecht sagt irgendwie, pass mal auf, krieg mal deine Scheiße oben im Kopf hin. Und wenn du wieder klar im Kopf bist, dann kannst du dich bei uns hier unten mal melden. Und dann wird das so abgekappt. Und als die Probleme weniger wurden oder man verstanden hat, warum man Probleme hat oder warum man sich reinsteigert. Depression heißt ja auch ganz oft, dass das sind ja eingebildete Probleme. Du denkst den ganzen Tag acht Stunden auf ein Problem rum und kommst aber nicht zum Schluss. Es gibt für einen Depressiven auch keine Lösung. Du kannst drei Wochen nachdenken, stehst am nächsten Tag wieder auf und denkst, ja, da muss ich jetzt nochmal drüber nachdenken. Und wenn du deine eigenen Probleme, deine eigene Vergangenheit soweit aufgearbeitet hast, irgendwie die eingebildeten Probleme auch erkennst und sagst, boah, muss ich mir gar keinen Kopf machen, dann wirst du freier. Und das hat bei mir stattgefunden. Dass jetzt mein Kopf gut aufgeräumt ist und es da keine Ecken mehr gibt mit verdrängten Problemen, wo ich sage, oh, da möchte ich jetzt aber mit dir nicht drüber sprechen. Das ist mir jetzt, ich weiß nicht, was da passiert. Aber hast du ein Beispiel dafür, was so ein eingebildetes Problem war? Also was du so dachtest, was sozusagen, wenn wir bei dem Bild bleiben, die Messi-Wohnung da, die Küche, meine Güte. Was wäre das zum Beispiel? Eingebildete Probleme sind zum Beispiel, wenn ich jetzt weiß, ich bin jetzt in einer Woche bei dir, ja, ich weiß so, eine Woche bin ich dann, da bin ich bei Matze, dass ich so katastrophisiere und denke, oh, der wird mir dann bestimmt fiese Fragen stellen und der wird mich dann aufs Glatteis führen oder so. Der will mir irgendwie, der will mir was Böses. Also da muss ich jetzt ganz genau aufpassen, was ich da sage und dann bin ich so angespannt. Und das Problem ist ja, ich weiß ja gar nicht vorher, was passiert. Weißt du, jetzt bist du ja auch jemand, wo ich jetzt wirklich gerne hinkomme und sage, ich muss ja vor dir keine Angst haben und die Angst ist dann aber da, dass ich, da muss ich aufpassen. Der Teufel ist in ihm drin, da muss ich aufpassen, weißt du. Und wie geht man? Also ich mache mir Gedanken, ich habe andauernd, ich muss einen Personalausweis verlängern, so, dann wird die wieder mit mir meckern, dann stimmt da wieder irgendwas nicht, dann fehlt eine Unterschrift oder so, weißt du, dass man so katastrophisiert, also man denkt danach ist, da wird der Weltkrieg irgendwie ausbrechen. Aber das ist ja alles zukünftig, was sein könnte im Grunde und wenn wir jetzt sozusagen, keine Ahnung, in der Einzeltherapie sind und du sagst, lieber Therapeut, liebe Therapeutin, ich will nicht zu diesen Matze, da habe ich Angst davor. Genau, genau, da haben die Therapeuten immer gesagt, das verstehen wir auch. Das verstehen wir auch, ja. Würde ich auch nicht machen, deswegen ist es ein Rückfall, den ich heute habe hier. Wie haben sie dir geholfen, dass du dann diese, wir haben es ja als, ich habe es ja in die Küche geschoben sozusagen, die ungeaufgerübte Küche, wie wird die dann weniger? Also was sagen die oder was haben sie dir gesagt, dass du, das ist ein wirklich gutes Beispiel, dass du jetzt trotzdem hier bist? Naja, das ist also schwierig, weil du gehst ja nicht in die Therapie und sagst, ich habe das Problem, so, da kannst du vielleicht ansprechen, aber ich habe jetzt Probleme mit meiner Freundin, so, wir haben uns gestritten und so, und dann geht es meistens ja nicht um den Tag heute, dass du dich heute gestritten hast, sondern geht es auch darum, um Muster, so, weißt du, bist du vielleicht schuld, so, dass du dich gestritten hast oder dass dieser Streit irgendwie entstand, so, ne, und dann gehst du in die Vergangenheit und dann merkst du so, scheiße, Frauen gegenüber ist ja immer wieder der Punkt und das wiederholt sich ja alles, also du siehst dann so Muster, ne. Das heißt, du. Du hast ja kein Problem in dem Sinne, du gehst in die Therapie, du hast gefragt, wie geht es dir und dann sagst du, du hast Angst, ich habe eine diffuse Angst in mir, ich weiß nicht. Eine Angst, was kommen könnte. Genau, oder ich bin auf dem Weg zur Klinik und habe eine Panikattacke gekriegt, da weiß ich in dem Moment nicht warum, so, keine Ahnung. Und dann ist es, also, dann hast du quasi, also du sitzt da und sagst, okay, hier ist die unaufgeräumte Küche, ich habe Angst, zu spät zu kommen und so weiter und so fort und was dann gemacht wird, dieses Aufräumen ist, sich anzugucken, woher kommt das in der Vergangenheit und das ist das, was… Genau, das machen wir aufräumen, genau. Und das ist das, was du sagtest, erst, da seid ihr zurückgegangen bis ins Alter von elf Jahren und geguckt, was da ist und wann, also hast du für dieses Katastrophisieren, was ein schönes Wort ist, hast du dafür eine Erklärung in deiner Vergangenheit gekriegt? Also konntest du dir das angucken und sagen so, aha, hier… Ja, zum Beispiel mit meinem Vater, dass ich habe mir eingebildet irgendwann, dass ich mich nicht genügend um meinen Vater kümmere, also dass ich bin der Vernünftigere, also muss ich mich kümmern und mein Vater hat halt Hilfe nicht angenommen. und da habe ich mich dann reingesteigert, dass ich dachte, du bist einfach ein Scheißsohn, du kümmerst dich nicht um deinen Vater und du müsstest viel mehr machen, so und das waren viele Tage vor der Klinik schon in der Therapie, auch Wochen und Monate, die das gedauert hat, dass die Therapeutin immer wieder gesagt hat, sie haben es ja probiert, also ist ja jetzt nicht so, dass sie sagen, ich kümmere mich nicht um meinen Vater, weil ich das nicht will oder weil es mir zu anstrengend ist. Sie haben es ja versucht, so, aber ich bin jahrelang rumgerannt und dachte, ich bin richtig scheiße, so, ich helfe meinen eigenen Verwandten nicht. Und das hat sich insofern aufgeräumt durch eine ständige Wiederholung im Grunde? Um darüber zu reden, ja, dass man sagt, naja, was haben sie denn alles schon versucht, gucken sie sich doch an, was sie alles schon versucht haben. Sie sind andauernd dabei, Kontakt aufzunehmen, zu gucken irgendwie, okay, er geht nicht ans Telefon, dann gehst du halt hin, klopfst an die Tür, er macht die Tür nicht auf, schreibst den Brief und haust ihn das im Briefkasten, haust dann noch Geld rein und sagt, vielleicht ist dein Handy kaputt, kauf dir eine Karte, ruf mich an oder so, all diese Sachen, dass man dann merkt, nee, an mir lag es nicht, so, Punkt. Und dann kannst du, dann bist du irgendwann an den Punkt gekommen, wo du wirklich, stellst mir ja wirklich so vor wie so ein Zettel und dann sagst du, nee, Haken dran, Küche ist aufgeräumt, weil das ist jetzt nicht meine Schuld, ich habe ganz, ganz viel Probleme. Ich habe es verstanden, ich habe es verstanden, das ist genauso, wie ich dann beim Arzt saß und dachte, der hat das nicht studiert, weil der da das MRT falsch liest, habe ich jetzt verstanden, nee, da war nichts, ganz einfach. Ja. Moriphä auf seinem Gebiet, top Typ, so, muss mich auch bei meinem Orologen nochmal entschuldigen. Der hatte richtig Angst, der hat. Warum? Ich war, als ich bei ihm war, wo ich mir eingebildet habe, ich habe irgendwie Hodenkrebs oder so, bin ich in die Praxis und er sagte im Nachhinein, ich habe richtig Angst vor ihm, also jetzt nicht, dass sie mir was tun, aber sie waren kreidebleich, total aufgeregt und so, völlig wirr. Er ist auch mit dem Stuhl so zurückgegangen und dachte, weil er wusste, da kommt jetzt Kurt Krömer, ne, er wusste, okay, der ist das, so, freu ich mich, hat er gesagt, kennen sie aus dem Fernsehen, ich mag sie, aber da hatte ich richtig Angst, so, ne, und dann bin ich immer wieder hin und habe gesagt, okay, also, Hodenkrebs. Dann hat er den Hoden abgetastet und da war so ein Knubbel, der aber normal ist, hat man, so, ich dachte, das ist schon so die Ziste, so, der Krebs streut schon und da geht's richtig ab und er sagte, nee, das ist völlig normal. Ja, und als Depressiver hörst du dann zu und er sagt, es ist alles okay und dann denkst du, mir geht's doch scheiße. Aha, du glaubst ihm einfach nicht. Genau, ich war fünfmal da, er sagt so, wir können jetzt noch andere Untersuchungen machen, aber da kommt halt nichts, ne. Scheiße. Und dann gehst du immer wieder dahin, so. In der Klinik geht's darum, das hast du geschrieben, dass man sich selbst kennenlernt. Ja. Was hast du über dich rausgekommen? Das ist geil, das ist so ein richtig, ist so ein erlaubter Ego-Trip, den du da hinlegen kannst. Acht Wochen geht es nur um dich, so. Was hast du über dich gelernt? Das, ich fand, das Lustigste, was mein Therapeut, den ich dann in der Einzeltherapie immer hatte, gesagt hat, sie sind auch so der Typ, sie wollen so der Typ aus der Rama-Werbung sein, ne. Nicht dein Ernst. Ja, also dieses, es muss alles perfekt sein, so, ne. Es muss, ähm, ich mach Essen für vier Kinder und mich und es muss allen schmecken. So dieses, dass dann der eine sagt, es schmeckt jetzt scheiße, hat mich traurig gemacht. Da dachte ich so, ich bin ein scheiß Vater, weil ich einfach jetzt nicht richtig kochen kann oder so, ne. Und, äh, da hab ich dann gelernt, okay, dann schmeckt's halt dem einen scheiße, kann jetzt nicht immer gut sein, so. Wenn drei gute Laune haben, kann sein, dass der eine schlechte Laune hat, man kann nicht immer alles haben. Dafür hat der dann wieder gute Laune und dann haben drei andere irgendwie Kinder schlechte Laune. So ist das halt, ne. Wie geil, dass du, dass du, dass du bei den Kindern, wenn's, kann nicht perfekt sein, von den vier, dass du vier Kinder hast und dann schmeckt's einem nicht und das macht dich total traurig und dann auf der anderen Seite bei Natur, wo irgendwie tausende von Leuten Tickets kaufen und dir sagst, ja, Programm, das muss ich mir jetzt, ach, nächste Woche geht's ja schon los, da muss ich mir nochmal was ausdenken. Ja, ja, aber da hab ich, das ist, äh, da, ich hab halt, äh, es gibt ja, also ich bin der Typ, der unter Druck richtig gut ist. Ja. Wenn du jetzt sagst, du hast ein Jahr Zeit, um zu schreiben, ich bin ja jetzt schon seit fast 30 Jahren im Live-Geschäft und hab das, äh, ich hab das gelernt, dass das völliger Schwachsinn ist, wenn ich dir jetzt sag, ich fang ein Jahr vorher an, äh, ein Programm zu schreiben, so. Ja. Du musst halt die Tickets ein Jahr im Voraus in den Verkauf geben, weil du nicht sagen kannst, okay, Krömer schreibt morgen Programm, kommt mal morgen alles vorbei, es klappt halt nicht. Du musst ein Theater buchen, also du musst, äh, du musst ja auch schon einen Titel haben, du musst ja, ich muss ja, ich hab jetzt schon den Titel, die Gönnung steigt irgendwie, Plakat ist schon fertig, weil du das haben musst, so. Deswegen haben auch die Titel der Programme nie was mit dem Inhalt zu tun, weil ich ja nicht weiß, was uns da erwartet, weißt du? Und ich hab mich jahrelang verrückt gemacht und dachte immer, oh, du musst doch jetzt irgendwie denn mal von 9 bis 14 Uhr dich hinsetzen und was schreiben und hab dann gemerkt, nee, das bin ich aber nicht. Aber das hast du versucht, ne? Ja. Du hast versucht zum Beamtenleben. Hab ich versucht und dann hab ich das so aufgeschrieben und jetzt weiß ich, wenn ich, also ich sage immer, ich schreibe ein Programm, aber ich schreibe es ja nicht. Wenn ich eine Nummer mache, die fünf Minuten ist, dann ist die nicht von A bis Z durchchoreografiert und aufgeschrieben, sondern da kann sein, das ist ein DIN A4-Blatt, da steht dann drauf Olaf Scholz, so. Und dann Improvisierigkeit zu dem Thema, ne? Da gibt's ja auch ein paar Sachen, die man sagen kann. Jetzt schon, ja. Nee, und von daher hab ich gelernt, ähm, es wär Selbstbetrug, wenn ich sagen würde, ich setz mich jetzt jeden Tag in die Stube und schreib von 9 bis 14 Uhr, da kommt nur Scheiße bei raus. Wenn ich aber weiß, in drei Tagen ist Premiere, dann wird ein Schalter umgelegt und das Programm, das erste, was ich dann immer mache, die Preview, die ist ja doppelt so lang, als sie sein müsste. Also da geht's ja richtig um Todesangst, dass ich denke, also du kannst jetzt nicht nach zehn Minuten sagen, ich hab nichts mehr. Und bis jetzt kam immer was. Also da war ja immer was da. Ich bin noch nie von der Bühne abgegangen. Nach einer Viertelstunde hab ich gesagt, also ich hab mich, tut mir leid, ich hab mich vertan. So, ich hab ja nur zwei Nummern oder so. Da kommt denn, da wird was freigesetzt. Dazu komm ich gleich, ich hab noch eine Frage zu dem Depressionsthema. Gibt es in all dieser Dunkelheit, die das auch so hatte, gibt es etwas Positives, was du dem abgewinnen kannst? Also ich find's gut, dass ich den Schritt gemacht hab, dass ich in die Klinik gegangen bin, dass ich auch viel über mich erfahren hab. Ich hab ja im Buch auch geschrieben irgendwie, ich würd das jedem raten, das mal acht Wochen zu machen, wenn es gehen würde, würde ich es jedem Menschen raten, auch wenn du nicht depressiv bist, dass du einfach mal ein bisschen was über dich erfährst. Ich finde die Welt da draußen zum Beispiel auch ordentlich, also nicht die Menschen depressiv, aber die Strukturen, in denen die leben, sind äußerst depressiv. Also diese Sonntagabends-Depression, dass es heißt, scheiß, ich muss morgen wieder ins Büro. Da ist der scheiß Chef, der macht mich wieder fertig und der versteht dann nicht, dass ich eigentlich effektiver sein könnte, wenn ich das so und so machen würde. und der setzt mich unter Druck und ich will da eigentlich weg, aber ich krieg keinen anderen Arbeitsplatz. Ich bin 55, wer soll mich noch nehmen und so. Es ist äußerst, also die Strukturen sind schon äußerst depressiv. Ja. Ja, also ich meine, guck mal raus jetzt gerade, ich meine, wir leben in Brenzlauer Berg, also ich hier und draußen ist alles grau. Also das ist ja, wenn man jetzt aus dem Fenster guckt. Ist schwarz-weiß hier bei euch, ne? Ist alles schwarz-weiß, ja. Das zum Beispiel auch, Wetter hat mich nie interessiert, ne? Viele Depressive sagen, wenn es jetzt dunkel wird oder wenn es so Winter wird, dann ist es schlecht für mich, hat mich Gott sei Dank nie tangiert. Und ich meine auch die Häuserwände, wie die aussehen, ne? Wenn man jetzt hier rausguckt, das ist ja alles grau eigentlich da draußen. Das sieht ein bisschen aus wie Babelsberg, so als wenn es nachgebaut wurde. Genau. Berlin-Babylon oder so. Ja, gleich kommt. Es kann sein, dass das umkippt auch. Wie heißt der? Volker Bruch kommt gleich jetzt hier vorbei. Volker Bruch, ja. Toller Typ auch. Genau, wollte ich auch nochmal sagen, dass ich ja eigentlich das Corona-Leugner bin und darüber sprechen wollte. Alles von Bill Gates, da ist ein Chip drin. Das machen wir in den letzten zwei Sekunden. Ich habe eine Doku gesehen, da waren so Verschwörungstheoretiker, also Corona gibt es nicht. Und dann war der Journalist, weil die gesagt haben, da ist ein Chip drin und man kann auch mit einem Magneten rangehen und dann sieht man das. Und dann hat der Journalist gesagt, also bitte den Oberkörper freimachen und dann kam der Mann und es war wirklich so, also ich hätte jetzt gedacht, okay, ich würde es nicht machen, weil ich bin ja entlarvt. Ja. Aber die haben es durchgezogen und völlig ehrlich gesagt, naja, dann muss irgendwas nicht stimmen oder so, weil der Chip, er wurde, man hat ihn nicht sehen können. Und dann dachte ich, ja, ist auch ein geiles Thema, wird es auch in der Show geben. Ich glaube auch. Flacherdler, auch tolles Thema. Die Leute, die denken, die Erde ist flach. Ich hatte mal einen Masseur, der hat das geglaubt. Dass die flach ist. Und das fand ich, ich fand es so interessant. Ich finde es, also es ist ein Top-Comedy-Thema, weil ich dann denke, klar, die ist flach und am Rand ist ein Geländer, damit man nicht runterfällt. Auch dass die sagen, wenn man fliegt, das ist halt eine Blue Box. Ja. Also wir fliegen ja, sehen dann die Krümmung. Ja. Nee, nee, das ist alles von den Amis. Das ist eine Blue Box, durch die wir da geleitet werden. Ich fand es total großartig, mal jemanden kennenzulernen, der das so ganz im Ernst, hundertprozentig geglaubt hat, dass das alles Mist ist mit der Runde. In Amerika ist einer echt storm. Der hat eine Rakete selbst gebaut, weil der wollte hochfliegen, um dann oben zu beweisen, dass die flach ist. Ja. Und das Ding ist explodiert und erst die storm. Also der ist nur 15 Meter hochgekommen. Oh Gott, oh Gott. War dann tot irgendwie, wo ich dachte, die scheint es richtig ernst zu nehmen. Ich würde mich ja fragen, wo fällt das Wasser denn hin, weißt du? Ja, du bist ja klug. Du hattest Angst davor, deine Vollmeise zu verlieren. Ja. Ganz großes Thema. Ganz großes Thema. Hatte ich echt Angst vor. Ich habe mir gedacht, stell mal vor, dieses Comedy-Talent, was ich habe, ist die Krankheit. Und dann nehmen die mir das weg und ich habe diese Art zu denken nicht mehr. Ja. Weißt du, dann würde ich dann denken, ach du Scheiße, mit 30 Jahren geirrt, bin im völlig falschen Beruf. Das möchte ich nicht mehr, dass ich da erhöht stehe und die Leute dann lachen. Also da, nee. Das möchte ich nicht. Weißt du? Ja. Dass man das in Frage stellt. Aber wie hat sich... Nee, das könnte ich nicht. Vor 2000 Leuten mich hinstellen, dann lachen die alle. Das kann ich nicht. Dass so eine Erkenntnis kommt. Dass du... Oder dass einer sagt, ich glaube, sie sind im falschen Beruf. Der Beruf macht sie verrückt. Das ist auch eine Angst. Stell mal vor, dir sagt jetzt einer, also du kannst alles machen, Matze, aber Podcast ist komplett ausgeschlossen. Ja. Das macht dich wahnsinnig. Ja. Weil das für dich... Dass man dir das wegnimmt. Also dass man sagt, du hast ein besseres Leben, wenn du das nicht mehr machst. Und davor hattest du Angst. Ja. Weil dich das ja eigentlich so glücklich macht? Absolut. Also wenn ich jetzt... Ich bin... Ich glaube, dadurch, dass ich Komiker bin und dass ich diese Situation hatte, dass ich im Theater auftrete, da 1000, 2000, zum Schluss war es, einen Tag vor der Klinik war ich noch in der Wuhlheide, vier Tage am Stück und habe davor 5000 Leuten gespielt und habe es genossen, weil ich dachte... Mal richtig durchziehen. Ja. Ja, ja. Neun Uhr. Und ich stand dann da und dachte, ja, ist geil. Also diese Adrenalin, dass die Leute auch dir durch das Klatschen und durch das Lachen ja imaginär über den Kopf streicheln und sagen, ey, das ist toll. Toll, dass du heute da bist. Wir freuen uns hier wie Bolle. Also es war nicht so, dass ich aufgetreten bin und dachte, scheiße, das muss ich jetzt auch noch machen. Was hat dir dein Therapeut oder deine Therapeutin dazu gesagt, dass du das so gut findest, dass dir Leute, 5000 Leute über den Kopf streicheln? Das ist ja in Ordnung. Da würde jetzt kein Therapeut sagen, finde ich scheiße. Das ist nur, wenn dich das krank macht, weißt du? Ja. Ich habe auch gedacht, zum Beispiel damals, als ich aufhört habe zu trinken, da dachte ich, scheiße, was ist denn, wenn du den Alkohol brauchst? Also wenn sich jetzt rausstellt, die nächsten Jahre, dass du gar nicht mehr lustig bist, weil du halt nicht mehr trinkst, was auch völliger Schwachsinn ist. Weil Alkohol kann dich vielleicht lockern. Wenn du anfängst, Alkohol zu trinken, dann ist so ein Säckchen vielleicht mal ganz nett. Aber wenn du dann drei Flaschen brauchst, um auftreten zu müssen, dann ist ja keine Hilfe mehr. Wie hat sich aber deine Kreativität oder deine Kunst, jetzt denkst du schon darüber nach, so ein bisschen zumindest, flache Erde, ich höre da schon die Witze. Ja, Reichsbürger und so wird ein großes Thema sein. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Wie hat sich aber deine Kunst verändert? Also irgendwas muss ja sein, wenn vorher ein Schleier war, ein Schwarzer und viele Schmetterlinge, wie hast du gesagt, bescheuert, ne, gemeine, ne, böse Schmetterlinge. Ja, bekloppte, fiese Schmetterlinge. Also es ist genau das gleiche Gefühl wie verliebt sein, nur, weißt du, dass du so ein, du hast so ein Bauchgefühl, da ist so, da ist, da fliegt irgendwas rum. Und ich habe so, als ich das gehört habe, dieses Bild, habe ich so an die, du weißt genau die Klassenarbeit richtig kacke. Genau, genau. Und du weißt. Brauchst gar nicht hingehen. Brauchst nicht hingehen und du kriegst sie wieder und wenn du nach Hause kommst, richtig. Genau. Und dann kriegst du eine 6 und dann sagst du, naja, wusste ich doch. Ja. Wusste ich doch. Also wie hat sich deine Kunst verändert? Also die hat sich durch die Depression, glaube ich, nicht verändert. Das ist wie, ich glaube, in jedem anderen Beruf. Wenn ich jetzt Herzchirurg wäre, dann würde ich auch im depressiven Zustand da ein Herz transplantieren können. Ich habe halt dann wirklich einen scheiß Zustand. Ja, ich war in einem scheiß Zustand und habe mir Sachen überlegt und dann blitzten da Ideen durch. Also sicherlich nicht so schnell wie jetzt. Also jetzt das Programm zu erstellen, da habe ich schon meine 22 Punkte, über die ich da sprechen möchte. Da ist die Liste schon fertig. Das wäre früher schwieriger gewesen. Die Auftritte, die ich im depressiven Zustand gemacht habe, die waren jetzt auch nicht so, dass ich denn da im Opiumrausch war und alles vergessen habe. Es gab auch Momente auf der Bühne, wo ich dachte, scheiße, jetzt ist halb zehn. In einer Stunde bist du wieder zu Hause und dann geht es dir richtig kacke. Also du standest auf der Bühne und hast gedacht. Ja, ich habe immer gedacht, naja, jetzt ist es noch schön, aber warte mal ab, jetzt noch eine Stunde. Aber auf der Bühne selbst war es schön? Ja. Weil du… Sagte ja Sträter, dass der sagte, der hat manchmal einfach nur eine Stunde rangehangen, weil er wusste, hier ist es schön, aber wenn ich abgehe, wird es nicht so schön. Deswegen ist der immer so lang. Weil die Einsamkeit dann reinkickt? Einsam war ich nicht. Ich war nicht einsam. Ich war nur krank. Da ist ja immer einer da. Da ist ja entweder sind die Leute, die Mitarbeiter bei der Show, Freunde, die mich besuchen kommen. Zu Hause ist die Familie. Also allein einsam war ich nie. Aber halt in so einem Zustand, wo ich dachte, es ist nicht geil. Und das heißt also, deine Kunst im Kern ist gleich geblieben, nur kommst du jetzt schneller dran? Die Kunst hat sich, also ich glaube, als die Kunst sich das erste Mal verändert hat und als diese Metamorphose stattgefunden hat, war glaube ich vor 12, 13 Jahren, als sie in Afghanistan war. Ja. Da hat sich die Kunst komplett verändert, dass ich dachte, also kannst du ja weiterhin auch seichten Scheiß machen. Hast du das als seicht empfunden, was du machst? Was du bis dahin gemacht hast? Ja, ich weiß gar nicht, welches Programm ich da gespielt habe. Ich glaube, da war es auch noch nicht politisch so. Nee, politisch war das, also es wurde dann mit den Einspielfilmern auch in der Late, Das war nicht die Late Night, sondern doch war das. Ja, ja, Late Night war ich in Afghanistan und hab dann immer. Wo du hier im Theater aufgenommen hast, ne? Genau, im Berliner Ensemble. Mit Matusek, die Nummer war da auch, ja. Wo ich dann immer Filmchen gezeigt habe aus Afghanistan und der Unterhaltungsschöpf dann irgendwann ankam und fragte, reicht's denn nicht mal langsam? Da weiß ich noch, da bin ich am Samstag aus Afghanistan nach Deutschland gekommen und am Montag war eine Pressekonferenz für die erste Show Krömer Late Night. Ich war natürlich fix von alle, von dieser Reise, von diesen Eindrücken auch und hatte dann irgendwie, weil ich mich so gefühlt habe, dachte ich, ich ziehe heute einen dunkelblauen Anzug an. Also ich will so, jetzt nicht seriös, aber nicht irgendwie ablenken mit einem bunten Pulli oder irgendwie, mir war nach dunkelblau. Die Haare habe ich so getragen wie heute, so ein bisschen, bisschen, bisschen hoch. Einfach, die waren durcheinander. Und dann dachte ich so, jetzt gebe ich eine Pressekonferenz und jetzt geht's hier fünf Stunden um Afghanistan. Und die erste Frage war, haben Sie die Haare jetzt anders? Ist das jetzt eine Typveränderung? Und dann dachte ich so, ey, das ist mir jetzt zu seicht hier, die Fragen. Das ist mir zu blöd, dass es jetzt hier geht um mein Aussehen. Ich komme aus Afghanistan. Ich habe Angst gehabt, dass die mich erschießen. Und jetzt sitze ich hier und rede über Haare und über Outfit und so. Und da weiß ich, dass ich total beleidigt war. Dass ich dachte, für mich passt das zusammen, dass ich als Komiker nach Afghanistan gehe und gucke, wie wird da gelacht. Also selbst im Kriegsgebiet wird gelacht. Das weiß ich so. Wie geht das da ab? Wird da anders gelacht? Also ich war ja zweimal da. Ich war einmal bei der Bundeswehr im Camp. Und die haben gesagt, ich darf nicht raus. Weil ich stand da unter dem Schutz der Bundeswehr. Und habe dann gesagt, ist aber scheiße, weil ich will das Land sehen. Und bin dann nochmal hin in den zivilen Teil. Und klar, wir haben jeden Abend irgendwie zusammengesessen bei einer anderen Familie irgendwie und haben gegessen und haben auch gelacht so. Also man ist dann abgelenkt. Wenn im Kriegsgebiet, ich hatte eine Situation, da haben wir gesagt, irgendwie um 15 Uhr treffen wir uns dann auf dem Marktplatz in Kabul. Und mein Kumpel, der dabei war, der zu meinem Kumpel wurde, der Harun, der sagte dann kurz vor drei, naja, können wir jetzt nicht machen. Da ist ein Sprengstoffattentäter. Und dann habe ich zu ihm gesagt, okay, dann lassen wir es weg. Dann machen wir es morgen oder übermorgen. Und er sagte, nee, wir machen es dann um vier. Weil dann ist der weg. Weißt du? Und so wird dann da, also so wie jetzt hier, wenn ich auf dem Markt bin, am Hackischen Markt so, da ist jetzt Fischmarkt und da ist jetzt eine Bombendrohung. In Krabel würde man sagen, dann fahre ich halt nach Spandau. Weißt du? Oder ich gehe halt eine Stunde später dahin, weil der Typ ist ja dann weg. So, das ist so ganz normal. Es wird so umgelenkt halt. Ne, mache ich nicht um drei, gehe ich um vier hin. Und du hast gerade gesagt, dass das eine Metamorphose für dich war. Inwiefern? Also das hat dich dann ... Dass man härtere Themen nimmt. Ja. Dass man sagt, pass mal auf, passt. Also ich habe auch früher gemerkt, als ich diese Afghanistan-Filmchen abgespielt habe bei der Krömer Late-Night-Show, da passte das nicht. Ja. Die Zeit war noch nicht dran. Auch dieses eine Ding, dass ich zum Schluss nicht gestorben bin, wo ich dachte, ey, jede geile Netflix-Serie ist zum Schluss gibt es ein Highlight und dann stirbt der Held irgendwie. Ja. Weißt du? Ja. Wo ich dachte, ja, und ich werde halt ertränkt in einer Spree. Fand das super lustig. Auch mit diesem Nachruf, den Uli Zelle in der Abendshow gesprochen hat, wo ich dachte, ist doch mega lustig. Ich glaube, jetzt wäre es aber möglich wiederum. Ja, ja. Aber da saßen alle da und dachten, die ist ja tot jetzt. Was soll das denn? Was soll in dieser Afghanistan-Filmchen? Warum kommt ihr uns mit diesem Scheißkrieg? So, weißt du? War das dann auch der Grund, warum du dann ... Das war ja dann auch die letzte TV-Sache, die du gemacht hast, ne? Das war vor der großen Hofpause, ja. Das war vor der großen ... Der Zenit. Wie wir es beim letzten Mal genannt haben, glaube ich. Ja, Zenit war es nicht, aber es war so ... Ich war irgendwie ... Ich bin nicht weitergekommen. Ich bin in der Entwicklung, also ich habe es ja auch gemerkt, mein damaliges Management hat das auch nicht so richtig verstanden, was das da soll. Was du jetzt, was bei dir los ist. Ja, ja, die Zuschauer haben es nicht verstanden. Also mit Recht auch, weil es war zu früh so. Aber es ist jetzt genau das, was ich jetzt auch mache. Ich hätte es jetzt machen müssen. Jetzt hätte man es verstanden können. Naja, du bist halt ein bisschen Frühaufsteher, was das betrifft. Jetzt rede ich halt über AfD und über IS und so. Und es ist normal, dass du es jetzt machst? Ja. Völlig. Also jetzt könnte ich nicht mehr sagen, ich fange jetzt eine Schlagerkarriere an oder so. Das würde man mir jetzt nicht mehr abnehmen. Das müssen schon ... Also jetzt auch Schick Römer ist ja auch so ein Ding. Das ist ja eine Sendung, die ist ja unmöglich. Das ist ja richtig scheiße, sich da Leute einzuladen, die man nicht leiden kann. Weißt du, warum? Die streiten ja da nur. Wobei du ja auch gesagt hast, dass das im Grunde auch ein depressives Format ist. Das war ein depressives Format, was ich jetzt im gesunden Zustand irgendwie also richtig hasse eigentlich. Ich hasse und liebe das zugleich, dieses Scheiß-Format. Ich bin richtig, wir sind jetzt in Vorbereitung wieder für die neue Staffel. Und ich streite mich immer mit Friedrich, weil ich immer sage, müssen das denn immer jetzt Arschlöcher nur sein? Können wir nicht weniger Arschlöcher einladen? Können wir nicht ein schönes Gespräch mal führen oder so? Und er sagt, das ist das Konzept. Ich habe ein paar Mal gedacht, als ich es gesehen habe, ich komme, wir haben, ich habe noch so einen kleinen, dann kommen wir nochmal zu Schick Römer gern. Ich habe ein paar Mal gedacht, also als gerade Boris Palmer da war, habe ich so gedacht, also jetzt wäre der gute Moment, der müsste jetzt raus von dir zu mir. Jetzt, also ich habe ein paar Mal gedacht, so, du klopst, du würdest die richtig, du klopst die richtig durch. Jetzt würde ich verbal zusammenschlagen. Und jetzt kommt, dann können sie sich erst mal zu mir in die Wartebeine setzen und dann ist... Das war halt, ich weiß nur, also ich will das jetzt nicht alles auf die Klinik schieben und auf die Depression, aber ich weiß, als Palmer dran war, ich war so sauer, mich hat der so angepisst. Ich hatte dann die Zettel so wie du da, da waren 30, 35 Fragen drauf und ich habe halt Fragen gestellt, dann hat der eine Antwort gegeben und da hätte ich zutreten können. Das war so, der Elfmeter, Ball war elf Meter vorm Tor, der Tor war nicht besetzt, der Torwart war in einer ganz anderen Stadt, also man hätte das versenken können. Aber ich habe dann halt die nächste Frage gestellt, weißt du? Und war so genervt, wo ich dachte, ja, scheiß Antwort, habe ich mir gedacht, scheiß Antwort, nächste Frage. Und daraufhin habe ich mich dann hingesetzt mit Friedrich Küpersbusch und wir haben uns die Sendung drei Stunden lang angeguckt. Stopp! Dann hat er mich kritisiert, hat gesagt, hier ist das scheiße, den Ball hast du nicht gesehen. Und dann habe ich gesagt, wir haben im nächsten Jahr kam dann Frauke Petry, wo ich gesagt habe, Friedrich, da mache ich alles wieder gut, die nehmen wir auseinander. Und ich glaube, dass die Sendung, die war besser, die war bissiger und da wurde auch kein Ball irgendwie versäumt. Hattest du das Gefühl, dass du Boris Palmer zu wenig ran nimmst? Ja. Wirklich? Ja. Also da war schon, da waren so Sachen bei, da habe ich einfach nicht reagiert. Friedrich hat mir das mal erklärt, hat gesagt, du bist stellvertretend für alle Zuschauer, der Torwart. Du musst das Ding reinhauen. Die Zuschauer sitzen am Laptop oder am Fernseher und sagen, knall rein das Ding und du bist stellvertretend dafür zuständig, das zu machen. Und was machst du? Du nimmst dir eine Taxe und fährst nach Hause. Und die Zuschauer denken sich, sag mal, ist der bescheuert? Und deine Freunde haben dir gesagt, du warst zu lasch? Nee, nö, das haben sie nicht gesagt. Die haben einfach gesagt, du warst nicht bissig genug, du warst nicht, also du warst fahrig und du warst überhaupt nicht aufmerksam. Der hat so viele Steilvorlagen geboten, die du nicht angenommen hast. Und die Zuschauer haben, komischerweise mir das übel genommen, da gab es auch einen Arsch voll, dass ich das Material vor seinem Vater, wo er damals abgeführt worden ist, für die Abendshow im SWR Fernsehen, dass ich das gezeigt habe. Ja, weil mir ging das total nah, genau diese Szene, wo ich dachte so, oh Gott, der arme Palmer. Also mir war es zum Beispiel, ich dachte so, der arme Typ, was ist… Aber das, also ich habe es angenommen, aber nicht richtig verstanden. Okay. Weil es wäre jetzt fieser, wenn man jetzt irgendwie sich lustig gemacht hätte über jemanden in einer Familie, der krank ist oder so, weißt du? Und da war es, das war ja wie ein Bericht hier in Berlin in der Abendshow, der existierte ja. Es war ja kein Bericht, der verschollen war, den wir rausgesucht haben, der lief ja auch damals im Fernsehen. Und ich habe ihm nicht abgenommen, dass er diesen Mitschnitt damals nicht gesehen hat. Ich glaube, der Vater hat gesagt, ey komm, 19.30 Uhr, Abendshow läuft, ich bin heute da, ich werde abgeführt, wir gucken uns das alles an. Also das weiß ich nicht. Da müsste man ihn nochmal einladen, am Lügendetektor. Warum kommen die zu dir? Weiß ich nicht. Es war wirklich so, dass ich diese Jake-Römer-Ding, ich habe das Friedrich vorgestellt und habe gesagt, lass uns doch einfach mal eine Staffel machen mit sechs Folgen und danach wird es abgesetzt, weil keiner mehr kommt. Also ich habe fest damit gerechnet, das machst du einmal, sechs Folgen und dann war es das, weil keiner mehr kommt. Aber warum kommen die? Keine Ahnung. Wie erklärst du dir das? Geltungsbedürfnis. Also jetzt so ein Günther Oettinger, dachte ich, was machst du denn hier? Warum bist du, warum? Und der hat Geltungsbedürfnis. Da kommt eine Anfrage, der hat 30 Minuten Sendezeit und das ist toll. Und der Glöckler, der Glöckler war im Dschungel, hat genug Kohle und sagte, ja, ich habe in der Pandemiezeit drei Monate auf dem Balkon gesessen und wurde nicht beobachtet, also beachtet halt. Mir hat die Beachtung gefehlt. Wo ich dachte, das ist doch todtraurig. Das ist wirklich todtraurig. Wenn ich dich jetzt nächste Woche anrufe und sage, Matze, mich hat heute noch keiner angesprochen oder mich irgendwie interviewt, kann ich nicht vorbeikommen. Dann würde ich sagen, auf jeden Fall. Ja, aber ich mache das täglich. Sag dir denn irgendwie, wäre es nicht eigentlich mal im Hotel, Matze, wäre es nicht gut, wenn ich immer der Gast wäre. Wenn ich immer da wäre. Ich habe keine Beachtung mehr. Und die kommen, weil die, die denken, also denken sie dann, sie kommen bei dir durch? Ja, glaube ich auch, dass manche sind so, bei Frauke Petry war es zum Beispiel so, da fragen wir uns bis heute. Warum ist sie gekommen? Also, was war jetzt das Ziel? Also, war das jetzt das Buch? War das die Werbung für das Buch? War das irgendwie die Abrechnung oder so? Weil da kam ja auch keine Erkenntnis, dass sie gesagt hat, das ist scheiße gewesen. Wir haben es bis heute nicht verstanden. Und wie ist das in so einem Moment, also jetzt nehmen wir mal Boris Palmer zum Beispiel oder auch Frauke Petry, wo, sagen wir mal so, dem Gast ja relativ klar ist, dass der Gastgeber eine gewisse Abneigung hat. Ja, also bei Frauke Petry wäre es auch erschreckend gewesen, wenn die Leute sich gefragt haben, ist das jetzt ein Freund oder ist das ein Arschloch? Wie ist das danach? Also, wie ist das, wenn ihr, ihr steht ja dann immer da sozusagen neben der Zelle und ihr verabschiedet euch. Genau, bei Frauke Petry bin ich wieder in den Verhörraum, dann haben wir hinten ja so eine geheime Tür, die man nicht sieht. Und da bin ich raus und sofort in die Garderobe, ohne Schiss zu sagen. Also da gibt es dann keinen Kontakt mehr? Nee, bei ihr nicht, bei Erika Steinbach war es fast auch so. Erika Steinbach, die mich also richtig, ich habe richtig, also nicht vor Angst, aber ich habe gezittert. Ich habe richtig gezittert und musste gestützt werden von Fröhlich, weil ich dachte, also ich kippe gleich um. Ich fand das so unterirdisch, diese Aussagen, wie ein Mensch so kalt sein kann und so voller Hass und auch so, dass es so egal ist. Ich setze mich hier hin, mache rassistische Sprüche, um Applaus zu kriegen und ist mir auch völlig egal. Vielleicht meine ich das gar nicht so, aber ich weiß, jetzt ein rassistischer Spruch, dann kriege ich da von meinen Leuten Applaus. Und dann war das äußerst erfolgreich, was ich hier gemacht habe. Über wen hast du deine Meinung geändert? Über keinen. Nein? Also es gab so ein paar Leute, also jetzt ein Kevin Kühnert zum Beispiel ist für mich kein Arschloch, so ist ein Politiker, Politiker verstehe ich immer nicht, den unterstelle ich immer, dass die nicht die Wahrheit sagen, dass die spinnen, dass die immer das Gleiche sagen. Würdest du es auch bei Kevin Kühnert sagen? Bei Kevin Kühnert war ich sehr überrascht, weil der, ich weiß gar nicht, was er gesagt hat, aber er hat mich, nee, da ging es darum genau, ob er jetzt kandidiert irgendwie. Und dann sagte er, und da war das ganze Interview im Arsch, schon in der ersten Frage, weil er sagte, nee, ich traue es mir nicht zu. Das war so eine ehrliche Antwort, weil ich sitze jetzt vielleicht auch da und traue mir das auch nicht zu, aber erzähle dir eine halbe Stunde lang, ja, das wird schon klappen und so, das wird gut, wählen Sie mich mal. Aber dass er so ehrlich war und gleich gesagt hat, ich traue mir das nicht zu, habe ich selten, kommt jetzt immer öfter, aber höre ich selten von Politikern. Weil, dass einfach mal einer sagt, wisst ihr was, Leute, ich weiß doch auch nicht, was wir jetzt machen sollen, ich weiß es einfach nicht, weißt du. Und dieses ständige, ich antworte auf Fragen und habe eigentlich gar keine Antwort, aber möchte mir nicht die Blöße geben, dass ich die jetzt sage, weiß ich nicht. Das nervt mich bei Politikern. Bei Kuhle war es auch so, Konstantin Kuhle von der FDP. FDP finde ich so, ist nicht so meine Partei. Dürfen wir, können wir auch nicht gut finden. Und der hat mich auch überrascht, wo ich den, habe ich glaube ich auch gesagt, ich dachte, du bist echt ein toller Typ, aber halt in einer falschen Partei. Ja. Der war toll und ich glaube, ich weiß nicht, sind wir, ich bin jetzt 47, sind wir jetzt die alten Säcke schon, die so, die so sich nicht mehr weiterentwickeln, die keinen Ratschlag mehr annehmen oder so? Weil ich habe so das Gefühl, so ein Kevin Kühnert ist wie alt? Der ist 30 oder so. Ja, ich glaube ja. Sind das jetzt die jungen Leute, die da, die mehr Erfolg haben, weil die ehrlicher sind? Oder sind wir jetzt die verbitterten Alten schon? Die sagen, bei uns haben wir früher anders gelaufen. Naja, ich meine natürlich. So die harten Typen. Meinst du, dass die nächste Generation viel schneller und viel offener ist? Ja, viel ehrlicher, traue ich mir nicht zu, ist doch geil. Ja, wobei ich dann, also, ich habe ja auch schon den einen oder anderen Politiker interviewt und da habe ich das Gefühl, das deckte sich dann später dann nicht mehr ganz genau mit dem, was da, das Gefühl, was ich hatte so in dem Gespräch. Also, dass auch diese Mühlen, in Anführungsstrichen, dich da auch zu dem oder der Person machen, die man dann irgendwie gar nicht mehr gut findet. Und das ist... Zum Schluss sitzen alle bei Gasbrom. Ja, ja. Weißt du, dann ist das so. Das ist auch SPD. So, da jahrelang einen mir hier vorerzählen, so, die Partei, die Partei und so und dann lasse ich mir den Arsch vergollen. Gibt es jemanden, der nicht kommen dürfte? Zu Schee Krümmer? Beste Freundin nicht, weil ich da nicht bissig genug bin. Du musst auch bissig sein? Also, ich habe am liebsten Gäste, die ich nicht kenne. Wobei ich jetzt so bei der letzten Staffel... Die ich noch nie kennengelernt habe, so, wo ich nicht weiß, wie ticken die jetzt, werden die jetzt sauer oder nicht. Aber bei der letzten Staffel mit Helge Schneider, mit Linda Zawakis, Stuckrad Barre, das sind ja alles Menschen, wo man nach einer Sekunde weiß, die kannst du nicht. Also, die Zuordnung ist sehr einfach. Ja, ja. Na, Zawakis, ein Arschloch vorhin. Meine Güte, was für eine... Hab ich mich geekelt. ...in mir richtig gestützt werden musste, als ich nicht mal Tschüss gesagt habe. Du bist Ars. Helge Schneider ja auch genauso. Aber möchtest du, dass das mehr wird jetzt? Also, dass du auch... Nein, ich weiß ja, das Format wäre ja kaputt, wenn ich jetzt nur noch Freunde einlade. Dann ist das Format, dann wäre es ein anderes Format. Also, ich weiß schon, deswegen sage ich auch, ich hasse das und liebe das. Also, jetzt in der Vorbereitung finde ich es wieder scheiße, das Format, und würde wieder Friedrich anrufen und sagen, ich mache das nicht mehr, ich möchte das nicht mehr. Wenn die erste, zweite Sendung im Kasten ist, dann denke ich wieder, oh, geil, komm, lass uns 100 Folgen noch machen. Aber du bist doch eigentlich auch ein Harmoniemensch, oder? Ja, schon, aber Harmoniegespräche in meinem Fall sind nicht gut. Also, finde ich jetzt nicht... Ich quatsche dann lieber harmonisch. Ich lade mir Freunde zu Hause ein, nach Hause ein und bin dann harmonisch mit denen. Also, so öffentlich kannst du ruhig schon mal einen auf die Fresse geben, so verbal. Und jetzt hast du ja quasi Freunde und Arschlöcher. Also, glaubst du, dass dann Menschen, nehmen wir Erika Steinbach oder Frauke Petry, oder glaubst du, dass die dann wirklich, sind das dann einfach Arschlöcher, Punkt aus? Und es gibt nicht, also so, ist ja immer die Frage, gibt es gute oder gibt es böse Menschen? Gibt es jemanden, der nur, also so, also gibt es nicht nur Anteile? Das ist das Prinzip von Schick Römer, dass ich mir eine Frauke Petry einlade, wo klar ist, ich... Lässt die nicht zu. Ich stößt mich ab, was du da erzählst irgendwie, aber ich möchte dich verstehen oder so. Das möchtest du wirklich? Also, ich möchte wissen irgendwie, meinst du das ehrlich? So, bei einer Steinbach ist es wie Extrembeispiel bei einem Schlagersänger, der immer von einer heilen Welt singt und man denkt, das kann doch nicht dein Ernst sein, du kannst doch nicht jeden Tag irgendwie von heiler Welt singen. Das existiert nicht, das ist nicht die Realität. Und bei Steinbach war es auch so, die ist von Grund auf böse, die Frau. Aber die macht viele Sachen absichtlich, weil sie weiß, so funktioniert, da kriege ich halt Applaus für. Und die kommen dann, weil sie weiß, von den drei Millionen, die das gucken, werden schon ein paar dabei sein, die danach... Das war damals immer so, das Ding, früher gab es ja, ich wurde auch angefeindet von Kollegen, die gesagt haben, seit wann bieten wir Nazis jetzt eine Werbefläche oder so. Und dann denke ich, nee, ich will, dass das besprochen wird in der Öffentlichkeit. Jetzt zu sagen, irgendwie AfD wird bei mir nicht eingeladen, findet bei mir nicht statt, die sollen mal irgendwie in den Keller gehen und sich einschließen. Ich will wissen, was die denken, was die machen, was die vorhaben. Wie stehst du dazu, wenn, also diese Vorwürfe kommen ja immer häufiger, dass man sagt so, dem oder der darf man keine Plattform geben. Man darf es nicht so machen, wie der RBB im Sommergespräch mit Andreas Kalbitz da irgendwo am See mit einem Weichzeichner, wo nicht eine kritische Frage gestellt worden ist, wo nicht halt gefragt worden ist. Du musst ja nicht sagen, du bist ein Nazi-Schwein, aber du musst indirekt als Journalist, musst du das Thema ansprechen, irgendwie Rassismus und so. Und sowas geht natürlich nicht. Leute einladen, dann wirklich eine Plattform bieten, das geht nicht. Aber die Leute anzusprechen, ich bin, was Nazis angeht, wenn du richtiger Rassist bist, lupenrein irgendwie, dann bist du in meinen Augen verloren. Aber manchmal denke ich so, vielleicht kriegen wir die Leute noch, die auf dem Sprung sind, die so latent rassistisch sind und die man vielleicht noch auf unsere Seite ziehen könnte. Weißt du, indem man sagt, denk doch mal drüber nach irgendwie. Stell dir mal vor, Deutschland brennt überall und wir werden bombardiert. Würdest du nicht auch deine Kinder nehmen und in ein anderes Land gehen und sagen, ich will das nicht, ich habe vier Kinder, ich muss auf die aufpassen. Also versetz dich mal in die Lage. Aber wie siehst du das nicht? Normalerweise ist es so, ja, ich will das ja alles nicht. Und wenn man dann nachfragt, wenn man dann die Chance hat, nachzufragen, irgendwie können wir sie vielleicht nicht missionieren, aber wir sollten das versuchen. Und wie siehst du das, wenn das um das Thema, ich meine, Verschwörungstheorien, ImpfgegnerInnen und so weiter, also solche Thematiken, also wenn das jetzt, ist ja jetzt auch gerade akut, könnte man sagen. Und wie stehst du dazu? Also auch Richtung Plattform oder Bühne geben? Ja, ich weiß auch nicht, wenn ich jetzt so ein Reichsbürger, wir haben ja das Problem bei Shea Krömer, dass wir eigentlich die guten Leute, wir laden sie ja alle ein, aber die kommen natürlich nicht. Also wir haben natürlich ein massives Problem, wir laden 300 Leute ein und kriegen dann sechs Leute nach vorne. Ach so, okay. Also wir haben ja auch Reichsbürger, wir laden auch immer AfD-Leute ein und Frauke Petry war ja Ex-AfD, also AfD kommt nicht. Die sind natürlich alle, die werden immer eingeladen, aber haben natürlich Schiss, nehme ich mal an. Aber dass die SPD noch kommt, das auch? Ja, die SPD kommt immer, FDP kommt auch. Und Oettinger hatten wir auch so einen CDU-Man da. Amthor war da auch schon da? Amthor stimmt auch. War auch gut, fand ich. Also überraschend. War so, ja, ich hab's mal umgedreht, ich hab mal so Jugendrassismus walten lassen. So wirklich so, du kleines Arschloch, hier hast du ein Malbuch. Er hat total gut reagiert. Ja, er war schlagfertig so, er war schlagfertig. Wie ist der? Die müssen sich natürlich auch wehren können. Also die Leute werden nicht, es werden jetzt keine kleinen Kinder verprügelt und dann sag ich zum Schluss, guck mal, wie stark ich bin, sondern die müssen schon kontern. Also jetzt ein Philipp Amthor, der dann angefangen hätte zu weinen oder so, das will ich nicht. Der muss schon, es muss schon so ein Schlagabtausch sein und die müssen in der Lage sein, sich zu wehren. So, das ist bei Schee Krümmer ganz wichtig. Wer wäre dein Mike Theisen? Mit wem würdest du am liebsten in den sogenannten Ring steigen? Ich hätte gerne mal Friedrich Merz noch dabei. Ich glaube, da kannst du auch einprügeln auf den. So ein Söder wäre natürlich auch schön. Oh, das wäre klasse. Aber die kommen natürlich nicht. Welche Frau? Arschloffrau jetzt? Boah, weiß ich jetzt ad hoc nicht. Ich hab eine Liste irgendwie schickt bekommen mit Arschlöchern wieder drauf. Hast du eine Liste, wo draufsteht Arschlöchern? Jaja, ich hab vorhin von meinem Redakteur eine neue Arschloch-Liste gekriegt. Das ist ja herrlich. Und steht er noch dahinter? Nee, weil wir müssen uns dem Thema Arschlöcher noch widmen. Das ist halt so ein Gespräch, wo ich weiß, morgen vor 10 Uhr geht es um Arschlöcher. Und dann sitzt ihr dann da und sagt... Super Arschloch, Mega Arschloch. Und wird aber begründet? Ja, der passt super in das Format, weil es halt ein Mega-Arschloch ist. So wird das begründet. Ich hab mir natürlich voll selber ins Knie schossen damals, als ich gesagt habe, wir laden nur Arschlöcher ein. Weil natürlich klar ist, hallo Herr Söder, wir wollten Sie mal fragen, ob Sie in Ihrer Funktion als Arschloch mal vorbeikommen wollen. Wenn wir Krömer kommen möchten, wir würden auch ganz seichte und nette Fragen nur stellen. Klick. Als wir uns damals getroffen haben, 2018, war das, also du warst im Grunde, da haben wir uns, glaube ich, dann eigentlich nur auf dem Hof noch unterhalten, als wir uns noch... Ja, weil man da rauchen darf. Weil man da rauchen durfte. Warst du so, naja, ich will mal gucken. War das schon Schee Krömer denn? Nee, nee, nee. Für dich war sozusagen... Warum hab ich mich denn mit dir getroffen, wenn es überhaupt nichts zu bewerben gab? Es gab nichts zu bewerben, ja. Aber warum waren wir denn im RBB? Weil du diesen Podcast aufgenommen hast. Ach so, zwei Männer, drei Welten. Genau. Dr. Jakob Hein. Genau, das hast du aufgenommen, deswegen haben wir uns da getroffen. Aber es gab nichts zu bewerben. Aber du hast damals, warst du so, naja, mal gucken. Du warst, hattest vor, Instagram anzufangen. Ja, ja. Du hattest... Gerade 2018, ja. Du hast also... Ich hab jetzt eine halbe Million. Ja, und du warst aber... Ich weiß gar nicht, warum, weil wir wissen ja, auch da ist es ja, ich zeig ja gar nicht mein Essen. Oder mach Schminktipps oder irgendwas. Aber es scheint die Leute zu interessieren, wenn das mal anders läuft. Ich bewerbe ja auch nichts, also außer jetzt mein Buch und meine Tourneen oder so. Aber du warst gespannt. Also du warst gespannt, ob du es noch hinkriegst. Ja. Und jetzt gucken wir mal zurück. Hast du es hingekriegt? Das mit Insta? Nee, nicht mit Insta, sondern allgemein dieses Comeback, wieder ins Fernsehen zu kommen. Ach so, ja, ja. Wieder eine Medienfigur zu sein auch. War natürlich ein super guter Aufschlag, dass es nach der ersten Folge dann gleich den Grimme-Preis gab. Ach wirklich? Ja, ja. Auch krass. Das war gleich, Peng, Punktlandung. Erste Sendung eingereicht, Grimme-Preis, danke. Also von daher, es war ein gutes Comeback. Und es war gut, dass ich weg war. Also ich bin halt damals nicht weitergekommen. Ich habe damals immer gesagt zum RBB, ich kann dieses Format nicht mehr verändern. Also ihr versteht ja auch nicht, was ich machen möchte. Ich müsste das Ding in die Luft sprengen, die Atombombe zünden und sagen, wir fangen woanders nochmal neu an. Und das war das Ding. Also ich wollte das ein bisschen modifizieren, dass jede Staffel immer ein bisschen anders wird. Und so bei Schickrömer merkt man das jetzt, dass sich das so ein bisschen verändert irgendwie. Die Talks sind alle irgendwie unterschiedlich. Es muss gar nicht mehr Arschloch und Freund sein, sondern bei der Staffel, die jetzt kommt, habe ich zum Beispiel gesagt, lass auch mal das Thema ein Arschloch sein. Zum Beispiel? Klimawandel. Ich würde gerne mal mit Luise Neubauer mich im positiven Sinne darüber streiten irgendwie, mit ihr streiten, dass ich bin jetzt 47, soll ich mich jetzt zurücklehnen und sagen, ist mir alles scheißegal, ich kriege das eh nicht mehr mit oder so. Und wenn ich nicht dieser Meinung bin, was machen wir denn jetzt? Weil ich höre jetzt seit 40 Jahren, dass die Eisberge schmilzen. Vor 40 Jahren haben sich die Grünen gegründet. Ich habe nur diese Aufkleber, Atomkraft, nein, danke vor Augen. Das hat jetzt 40 Jahre gedauert, bis die Atomkraftwerke abstellen. Und jetzt überlegen die schon wieder, ob sie die wieder anstellen. Weißt du? Also wenn jetzt eine Luise Neubauer kommt, denn ich habe das auch gemacht, ich habe auch demonstriert und so. Aber die Frage wäre, glaubst du, dass es bei dir nachlässt irgendwie? Du schreibst jetzt einen Bestseller, kriegst dafür Millionen. Kümmerst du dich darum noch? Oder sagst du denn, er könnte jetzt auch mich ein bisschen zurücklehnen oder so? Wie lange bleibt dieser Eifer? Wie lange behältst du das so? Was glaubst du, wie lange du dein Schick-Römer-Eifer behalten wirst? Als wir uns damals getroffen haben, da war ja so, ich, mal gucken, also ob das jetzt, mal schauen. Das zieht als ganz groß auf, das Ding. Nee, aber mal schauen war das. Es war ein sehr mal schauen und das hat ja jetzt geklappt. Also was glaubst du, wie es jetzt weitergeht? Weil in dem Buch steht, das ist dann Sommer 2021, Überschrift Identitätskrise. Wo geht es jetzt so hin? Und das ist ja jetzt, ich bin ja Preuße, mein lieber Freund, das ist jetzt sieben Monate her. Was steht denn jetzt an? Was jetzt ansteht? Also wenn wir jetzt sagen 2018, jetzt ist es vier Jahre her. Meinst du jetzt meinen Masterplan für die nächsten fünf Jahre? Ja. Also ich habe jetzt, wird erst mal das Buch beworben, dann geht es weiter mit, also ein paar Sachen darf ich nicht drüber reden. Ich würde zum Beispiel gerne noch irgendwann eine Serie machen oder einen Film drehen oder so. Ich würde gerne mal eine Doku machen. Ich glaube, Thema Buch ist jetzt erst mal durch so. Tournee ist bis Ende 2023 gebucht. Ja. So ist auch gut verkauft schon. Und bis dahin habe ich erst mal zu tun. Aber es ist ja, also Kalender, du hast jetzt ja über den Kalender gesprochen, aber wir haben erst über diese Metamorphose gesprochen, die du nach Afghanistan hattest. Ich würde behaupten, dass jetzt auch eine riesige Metamorphose stattgefunden hat nach dem Thorsten-Streter-Gespräch, nach dem Outing, wie du es ja auch selber nennst. Und ich, es ist ja immer, was danach passiert. Also bei der ersten Metamorphose ist danach sozusagen, fing die Hofpause an. Ist jetzt schon klar, das, was ich gesagt habe. Die Metamorphose, wo ich heute noch mit Journalisten drüber rede, ist jetzt eine Kunstfigur, das ist jetzt Alexander Beuys am Privat. Da habe ich jetzt mittendrin. Jetzt geht es nur darum, den Leuten das jetzt zu erklären und gucken, ob sie das jetzt verstehen. So, weil mir ist das Thema jetzt eigentlich egal, ob du mich jetzt Alexander Beutzer nennst oder Kurt Krömer. Ich weiß halt, dass ich unter Kurt Krömer viel bekannter bin als unter meinem originalen Namen. Von daher wäre es jetzt völlig erschwassend zu sagen, ich lege jetzt den Namen ab. Ja. Welche Rolle willst du nicht mehr spielen? Rolle? Ich habe schon Bock, irgendwie so immer so, also ich war jetzt sehr offensiv politisch. Also du wusstest sofort, okay, das ist jetzt eine politische Nummer, jetzt geht es wieder um die Kack-AfD. Ich würde es gerne mehr durch die Blume präsentieren. Ich habe damals eine Nummer gehabt, wo ich einen Pegida-Anhänger gespielt habe. Da dachte ich so, ja, das ist mehr meine Form. Also sich so eine Figur rauspicken und sich darüber lustig zu machen, dass man selbst der Doofmann ist. Nicht, dass man jetzt mit, das war sehr schwierig für mich, weil du bist mit erhobenen Zeigefinger und sagst eigentlich immer, die AfD ist scheiße. Und dann kriegst du Applaus von deinen Leuten, die auch gegen die AfD sind. Also du kriegst Applaus von Leuten, die es sowieso schon verstanden haben. So, das ist langweilig halt. Und ich weiß nicht, was meinst du jetzt mit Rolle, dass ich eine Rolle gespielt habe? Na, du hast ja sozusagen auch immer so was, gewisse, ja, du hattest ja Darstellungsformen. Also wer du, also unterschiedliche, keine Ahnung, der Choleriker auf der Bühne. Das wird bleiben, das wird bleiben. Das ist so eine, also ich habe ja Mutterwitz auch, da ist ja Witz da. Was ist Mutterwitz? Mutterwitz ist, wenn ich mich mit dir unterhalte und witzig bin, ohne das zu wollen. Also nicht unfreiwillig komisch, aber ich sage bei mir, ich habe eine kauzige Art, Sachen zu betrachten und die Leute lachen, obwohl ich das jetzt nicht darauf anlege. Gibt es auch sowas wie Vaterwitz? Weiß ich nicht. Okay. Aber es ist doch jetzt, in der heutigen Zeit, Mutterwitz viel besser. Auf jeden Fall. Als Vaterwitz. Vaterwitz würde ich sagen, ist wahrscheinlich so Schenkeklopfer. Ja, das ist doch dein Altherren. Das ist dein Altherren, das ist dann eher wahrscheinlich. Das ist ein Altherrenwitz. Altherrenwitz ist so ein bisschen zotig und so weiter. Zotig, sexistisch auch so, ha ha ha, darf man ja wohl mal noch sagen und so. Also das heißt. Nö, das, also ich finde diese cholerische Publikumsbeschimpfung und so, das wird es weiterhin gehen. Meine Damen und Herren, damit kümmern Sie sich jetzt nicht so. Ich komme jetzt nicht auf die Bühne und mache hier einen. Das ist ja jetzt nicht eine Sache, wo ich mich jetzt durchgequält habe, die jagen und denke, ach Gott, jetzt muss ich gleich wieder die Leute beschimpfen, die ich alle so liebe. Nee, setz dich gerade hin, sonst haue ich dir eine rein. Nee, das ist schon, das ist auch, also ich finde auch. Also der Krieg steht noch an. Der Krieg steht an, da musst du immer gefasst drauf sein. Nee, ich finde das, ich finde das eigentlich so Publikumsbeschimpfung so, wenn ich jetzt auf der Bühne komme, da sitzen 2000 Leute und ich sage, hallo ihr Arschgein, finde ich das ehrlicher, als wenn ich sage, hallo Bielefeld, eine wunderschöne Stadt, ich bin gerne in Bielefeld, ihr seht fantastisch aus. Ja. Nee, die sehen nicht immer alle fantastisch aus. Das würde man dir auch wirklich nicht glauben. Da sind auch Kacknasen dabei, wo man sagt, ja, du bist so hässlich, also es ist gut, dass du da im Dunkeln sitzt so, ne. Finde ich viel ehrlicher als dieses Rumgeschleime. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, das wirst du nicht moderieren, da bin ich mir sicher. Wie passt du jetzt auf dich auf? Also Achtsamkeit ist so, da bin ich dran jetzt, ich muss achtsam sein. Ich stehe jeden Tag auf, versuche das, jetzt in der letzten Zeit habe ich es nicht mehr so gut geschafft, heute Morgen habe ich es nicht geschafft. Ich stehe jeden Tag auf, liege im Bett, versuche nicht gleich aufs Handy zu gucken, ob eine E-Mail kommt oder WhatsApp-Nachricht, sondern liege im Bett und höre so in mich rein und frage mich, wie geht's dir? Weißt du? Ja. Und dann ehrlich sein halt. Dass man dann vielleicht sagt, mir geht's scheiße, weil ich bin genervt, ich muss heute zu Matze oder so. Weißt du? Wenn wir jetzt zum Beispiel um sieben Uhr morgens aufgenommen hätten, wäre ich bestimmt heute Morgen im Bett gelegen, hätte ich gedacht, also das jetzt so früh ist, das nervt mich jetzt schon. Nimmst du noch Antidepressiva? Ja, nehme ich noch. Also ich werde das jetzt demnächst ausschleichen lassen, wie man das nennt, dass das unter Beobachtung dann mir weggenommen wird und dann, ich bin gespannt, weil ich habe jetzt durch mein Antidepressivum, was ich habe, keine Nebenwirkungen oder so und habe manchmal, vielleicht ist es auch Größenwahn, dass ich immer denke, ich brauche es gar nicht. Ja. Und es wäre toll, wenn die das absetzen und das wirklich so ist, dass ich merke, oh Gott, ich brauche das gar nicht mehr, sollte ich das brauchen, würde ich es weiterhin nehmen. Meditierst du noch? Nee. Nee. Ich habe diese Achtsamkeitsübung, da ist so, das passt auch mehr zu mir. Also Leute sagen seit Jahrzehnten zu mir, mach doch mal Yoga. Also Yoga würde mich entspannen, mag ich nicht. Ja. Also diese Achtsamkeitsübung, die ja auch nichts kostet. Also du wirst wach und nimmst dir fünf Minuten Zeit und guckst, wie geht es dir eigentlich? Das finde ich für mich gut. Meditieren ist wieder, da muss man sich hinlegen, Musik hören oder so. Meist nicht. Bist du gerade verliebt? Ja. Schön. Glücklich verliebt? Nee, unglücklich. Ich muss dir das gleich sagen. Nee, glücklich, sehr glücklich. Also ich bin verliebt und ich bin echt verliebt. Ohne, so wie früher, dass ich dann depressiv war und gar nicht wusste, oh Gott, was geht denn hier ab? Was ist der Unterschied zwischen, also wenn man depressiv verliebt ist? Mit der Frau, mit der ich zusammen war, als ich depressiv war, war das so, das wunderschöne Gefühl, was man kennt, wenn man verliebt ist, Schmetterlinge im Bauch hat und so und das tat mir unheimlich gut. Das hat mich so abgelenkt. Ich wusste damals ja nicht, dass ich depressiv bin, aber das hat mich so abgelenkt, hat mich so fröhlich gemacht und ich war dann so zwanghaft irgendwie, wo ich dachte, das muss jetzt ewig so bleiben. Also diese Verliebtheitsphase muss ewig so bleiben, sonst fehlt mir diese Droge, die mich so glücklich macht. Und das ist das echte Verliebtsein, also das andere, wenn du weißt, das ist das Alltag. Ja, also jetzt ist es so, ich bin ja auch Künstler und kann so eine Verliebtheitsphase auch herauszögern und so. Ich glaube, dass ich noch jahrelang verliebt sein kann mit dieser rosa-roten Brille, wo ich dann mich wie ein Zwölfjähriger benehme und so. Aber dass dann vielleicht auch der Punkt kommt, wo man sagt, jetzt geht die rosa-rote Brille weg und ist aber trotzdem noch schön. Und konntest du der Frau sehr schnell sagen, wie es dir geht, also deine Depressionen thematisieren und dann, also diese… Bei der jetzigen Frau? Ja, klar. Also das ist zum Beispiel so ein Ding, dass ich das ehrlich rausknalle. Ich habe immer, wenn ich Frauen kennengelernt habe, sofort gesagt, ich bin ein alleinerziehender Vater, ich habe vier Kinder, bam. Und das mit dem Lizenz, ich bringe jetzt auch ein Buch raus. Also ich hätte es jetzt bis zum 10. März, hätte ich es verschleiern können. Nein, das ist mir schon klar. Ich hätte dir am 9. März sagen können, du, Schatz, morgen kommt so ein Buch raus, der Typ sieht aus wie ich, da auf dem Cover. Ich möchte dich nicht drüber reden. Dass wenn ich morgens manchmal schlecht gelaunt bin jetzt… Ja, es kann sein. Nein, aber es ist ja die Frage, wie schnell man sowas mitteilt. Ja, sofort. Sofort fort. Also ich bin, da bin ich gut drin geworden, dass ich sofort sage, mir geht es gut oder mir geht es nicht so gut. Habe ich jetzt Bock drauf oder habe ich nicht Bock drauf? Also ich habe schon immer irgendwie viele Sachen abgelehnt, jetzt beruflich, die mir nicht gefallen haben. Und jetzt ist es noch konsequenter geworden, dass ich so denke, ich will das wie zu meiner Anfangszeit jetzt weiterhin so machen. Ich mache nur Sachen, die mir Spaß machen. Kann so ein Schäk-Römer-Ding auch sein, was richtig wehtut, aber mir macht es ja Spaß. Auf eine perfide Art und Weise sind das super große Schmerzen, die ich da leihen muss in diesem Scheiß-Format. Ja, aber es macht Spaß, weil habe ich damals bei Thomas Ostermeyer an der Schaubühne gelernt, wenn die Kollegen so über gute Stücke geredet haben, da muss Fleisch am Knochen sein. Also du musst dich da richtig festbeißen können, abbeißen können. Das heißt, für dich ist eine Frauke Petry auch interessanter als am Ende Linda Zerwarkes? Ja, die ist natürlich, also der Aufwand, den wir da betrieben haben, der war viel größer natürlich. Ja. Warum ist das Leben schön? Also jetzt ist das Leben für mich wirklich schön. Und warum? Weil ich wieder alles so wahrnehmen kann, wie alle anderen Leute auch. Dass ich sogar manchmal denke, ich kann das sogar besser wahrnehmen. Oder ich sitze jetzt, wenn ich eine Pause mache, fünf Minuten länger auf der Parkbank als andere und denke, boah, ist das schön. Also du gehst ja wahnsinnig viel spazieren. Ja. Und du gehst immer wieder zu den Orten zurück, wo du mal gelebt hast. Ja, nicht immer, aber manchmal. Und was suchst du da? Erinnerungen. Also das finde ich auch toll. Dass ich jetzt Melancholie auch genießen kann. Dass ich an Orte gehe, wo ich damals hier wohnt habe, melancholisch werden kann. Mir dann sage, oh Gott, das war eine Scheißzeit damals hier. Aber guck jetzt an, was jetzt aus dir geworden ist. Irgendwie das ist schön. Und dass ich die Melancholie dann auch beenden kann. Dass ich sagen kann, jetzt war ich melancholisch. Jetzt setze ich mich wieder eine U-Bahn fahren nach Hause. Was redest du Menschen, die sich in deiner Depressionsgeschichte wiedererkennen? Sofort zum Arzt gehen. Also auf depressionshilfe.de gehen, auf der Seite. Da kannst du schon mal so, da sind so fünf, sechs Fragen drauf. Da kannst du schon mal gucken, wenn dir das bekannt vorkommt, dann hast du eventuell Depressionen. Und sofort zum Arzt gehen. Ja. Hausarzt. Und sofort. Muss erst mal kein Psychologe sein, kein Psychiater. Der Hausarzt kann ja schon mal sagen, okay. Er kann nicht weiterleiten und sagen, okay, ich glaube, da liegt eine Depression vor. Geh mal da und da hin. Lieber Kurt, ich habe die letzten drei schnelleren Fragen. Jetzt schon, ja. Heute waren wir ein bisschen länger, war das letzte Mal. Ja, letztes Mal hattest du ja nichts. Finde ich auch gut. Ich habe diese eine Folge, die war acht Stunden mit Stuckhardt-Barre, ne? Ja, es gab ja drei Folgen mit Stucki. Die letzte war die Liebesfolge. Ich habe noch eine Nachricht von Stucki von vor drei Monaten, eine fünfminütige Sprachnachricht. Hast du das schon angehört? Ne, habe ich noch nicht gemacht, mache ich aber. Ich habe das Problem, dass ich, ich kriege Sprachnachrichten, wo ich mir dann denke, ach toll, Stucki hat an mich gedacht, der eine Sprachnachricht schickt. Und dann finde ich das toll, dann denke ich so, ach so ein toller Typ und so freue ich mich, wenn ich den mal wieder sehe. Und höre mir dann die Sprachnachricht aber nicht an. Und melde mich auch nicht zurück, dass ich sage, weil ich sage, toll, dass du an mich gedacht hast. Aber ich sage allen Leuten immer, pass mal auf, ich bin so und so drauf. Ich melde mich dann nicht, aber ich liebe dich, aber ich habe da so eine Inselbegabung oder so. Keine Ahnung, ich antworte dann nicht. Also ich finde es schön, dass du es eine Begabung nennst. Ja, Defekt wäre depressiv. Das ist eine Begabung. Machst du das so? Du musst ja, ne, berufsbedingt, du musst ja antworten. Ne, ich bin auch nicht. Aber hast du, dass du sagst, ach Mensch, der und der hat, der denkt an mich gerade und dass du dich dann nicht zurückmeldest? Weil ich meinst ja nicht böse. Es ist auch nicht so, dass ich sage, ja, ich erwarte das ja auch, dass ihr euch alle meldet. Aber ich habe dann so, muss ich noch daran arbeiten. Das ist gerade das, was ich jetzt gerade mache, weil du mich jetzt auch gleich fragen wirst, an was arbeitest du gerade? Das weiß ich noch vom letzten Mal. Ich werde daran arbeiten, mich schneller zurückzumelden oder den Leuten halt zu sagen, ey, toll, dass du an mich denkst. Ich habe mich gefreut. Danke. Das ist wirklich schön. Also das gucke ich mir ab, weil ich das, aber mir hat jetzt neulich eine Frau gesagt, mit der ich zusammenarbeite, hat sie gesagt, wenn ich dir eine Mail schreibe, das fände ich schon gut, wenn du einfach dann auch mal antwortest. Und weil. Habe ich auch, wo ich so denke, ja, okay. Du hast du voll recht. Ich habe jetzt die Liste, die Arschlochliste, habe ich jetzt mich nicht zurückgemeldet, weil ich jetzt, weil ich habe jetzt die Arschlochliste, die hat mir Tim geschickt, die habe ich jetzt. Aber eigentlich könnte man sagen, ey, danke für deine Bemühungen. Und was ich auch denke, wo ich denke, ey, der Junge war den ganzen Tag heute im Büro und hat Arschlöcher gesucht und hat so auf die Liste geschrieben, da kann man sich ja mal bedanken. Ja. Aber ich denke immer, dass die Leute das wissen dann. Ja, das ist, ja, das denke ich. Ich habe auch damals immer gedacht, dass mein Vermieter dann schon sich das denken kann, wenn ich drei Monate die Miete nicht zahlen kann, dass ich das Geld nicht habe. Ja. Ich habe dann gelernt, dass man das ansprechen muss und sagen muss, ich habe die Kohle gerade nicht, geht auch Ratenzahlung. Ja, das lernen wir beide gerade. Beim letzten Mal hast du, das fand ich super lustig, hast du dir vorgenommen, hast du mir ein Buch, da habe ich dich nach Buchtipps gefragt und du hast gesagt, dass du ein Gartenbuch liest. Ja. Weil du den Garten machen wolltest. Ja, ja. Und ich war wirklich, das war so ein Moment, wo ich so denke, oh, okay, der macht jetzt seinen Garten, das ist ja richtig toll. Und ich fand es so schön, in dem Buch zu lesen, scheiß auf den Garten. Ja, habe ich jetzt auch. Finde ich richtig gut. Ich habe den Garten bis jetzt noch nicht gemacht, also seitdem wie ich dir das letzte Mal gesagt habe, jetzt ist es 22. Jetzt ist ja wieder März, also eigentlich hätte ich jetzt schon Sachen machen müssen. Ich komme wieder an den Punkt, wo ich dieses Jahr wieder sage, naja, wenn man nicht Mitte Februar anfängt, jetzt ist März, kannst du vergessen. Mache ich nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Was möchtest du gewesen sein? Guter Vater. Dass die Kinder sagen, das war, also er hatte schon seine Macken, ihr habt, er war stets bemüht, aber er war ein toller Vater. Weil er sich Mühe gegeben hat und auch gesagt hat, pass mal auf, das kann ich nicht, da bin ich zu doof für, dafür möchte ich mich entschuldigen und so. Also ich versuche, ein guter Vater zu sein, man kann nicht perfekt sein und wenn die Kinder dann sagen, er war toll, das finde ich gut. Oh, da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das mache. Du hast die Plakat von Frage schon mal beantwortet. Kenne ich doch alles schon. Nee, nee, Moment, Moment. Nein, nein, nein. Jetzt habe ich aber natürlich, habe ich jetzt schon mir Gedanken gemacht. Ja, so, aber ich stelle erst die Frage, wir machen das nicht wie beim letzten Mal, dass du die Antwort rausballerst, ohne dass ich die Frage gestellt habe. Ja, genau. Nee, weil ich so aufgeregt bin, weil ich wusste ja jetzt schon, also ich wusste hier schon, was willst du lernen, so? Ja. Gelassenheit hätte ich noch sagen können, also ich bin schon gelassener als vorher, da hat mir die Klinik sehr geholfen. Du wirst auch wirklich viel gelassener. Noch gelassener werden und das halt mit den Freunden. Aber es ist dann mit Stucki geil, dass ich ihm das vorher schon gesagt habe. Mit den Freunden, mit den Antworten. Ich habe gesagt, pass auf, Stucki, wenn du mir Nachrichten schickst, ich antworte dann nicht, aber du musst wissen, ich liebe dich und das finde ich immer toll, wenn du an mich denkst. Ja. Es ist sehr kompliziert, wie ich das angehe, aber ich will das lernen, dass das einfacher geht. Ich habe jetzt hier kurz, ich sage jetzt, warum ich zu spät gekommen bin. Ja. Ich saß hinten am Platz und habe Dr. Jakob Hein angerufen, bei dem ich mich auch seit einem halben Jahr oder ein Jahr nicht gemeldet habe, weil ich die Freunde jetzt alle anrufe und sage, pass mal auf, jetzt geht es mir richtig gut. Und du hast die nicht angerufen? Ich wollte abwarten, ich wollte, das war vielleicht auch ein Fehler, aber ich wollte gucken, wenn es mir am besten geht, dann rufe ich die wieder an. Warum hast du die vorher nicht angerufen? Also gerade, Jakob Hein ist doch ein Freund von dir. Weil ich ein bisschen doof bin. Moment. Moment. Boah, jetzt sind die noch mal drei Stunden. Nee, nee, nee. Komm, wir fangen noch mal von vorne an und lassen das dann weg. Schön, dass du da bist. Also warum rufst du? Ja, weil ich, also ich bin jetzt auch, ich bin jetzt super beschäftigt mit dieser, mit dieser Promo-Arbeiten. Ich mache jetzt schon seit, also auch in der Phase, wo ich das Buch geschrieben habe, so, das kennst du ja selber, dann schreibst du ein Buch, dann geht das an den Verlag, dann ruft die Lektorin an, dann wird das alles nochmal umgestellt und so. Also, dass ich jetzt schon seit nonstop fast einem Jahr nur mit diesem scheiß Buch, also mit diesem tollen Buch beschäftigt bin. Und jetzt ist Promo, ich gebe jeden Tag jetzt Interviews, ich erzähle jeden Tag immer das Gleiche. Tut mir leid. Nee, bei dir ist es ja schön, weil man Zeit hat. Ja. Also ich finde jetzt so Interviews, erzählen sie mal was über Depressionen. Wir haben zwei Minuten dreißig Zeit, das mache ich halt nicht. Ja. Oder wenn jetzt jemand das Buch nicht vorher liest, dann gehe ich auch nicht hin. So, aber du hast dich trotzdem nicht, du meldest dich nicht bei Freunden. Eigentlich habe ich gedacht, du hast das jetzt vergessen. Nee. Also geht es um eine Zumutung? Ja, das ist, glaube ich, immer noch so in mir drin, dass ich sage, das muss mir richtig gut gehen. Das ist bescheuert. Ich denke viel an die und ich werde mich jetzt überall melden. Also heute hat es angefangen irgendwie und jetzt frühstücke ich die alle ab. Und wie ist das dann, wenn du den anrufst? Also du hast den jetzt angerufen? Der freut sich denn. Der freut sich dann einfach. Der freut sich. Also ich habe auch tolle Freunde, muss ich dazu sagen. Ich bin ja so der Kandidat, der sich dann ja mal nicht meldet oder so. Und dann rufe ich die an und dann geht er sofort da weiter, wo er aufgehört hat. Du bist aber, wenn es dir nicht gut geht, dann willst du lieber allein sein? Nee, nee, das ist sehr interessant. Weil wenn es mir jetzt scheiße gegangen wäre, dann hätte ich angerufen. Das hätte ich vorher nicht gemacht. Vorher hätte ich beides nicht gemacht. Mich nicht gemeldet, wenn es mir gut geht und auch nicht gemeldet, wenn es mir schlecht geht. Und jetzt bis sofort, wenn es mir jetzt irgendwie schlechter gehen sollte, ist ja jetzt das Tolle. Ich weiß sofort, wo ich anrufen muss. Das heißt, es ist nicht zumuten, sondern in dem Fall ist es tatsächlich eher ein Stress. Stress, ja. Ich habe jetzt 15 Kilo, glaube ich, auch zugenommen. Das ist alles ein bisschen durcheinander jetzt. Deswegen mache ich nur noch Podcasts, wenn man das nicht mal sieht. Sehr gut. Also die Plakatwandfrage. Ich habe ein großes Plakat am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, was für alle BerlinerInnen für eine Woche zu lesen sein wird. Was würdest du draufschreiben? Ach, da soll ich jetzt sagen, was da jetzt drauf ist. Da muss ich mir mal jetzt überlegen. Wirst du schon sehen? Das war mein Spruch, weil wenn ich mir jetzt, also sagen wir mal, wir haben jetzt morgen diesen Podcast und ich katastrophisiere da wieder rein. Oh, der Matze, was wird da für Fragen stellen? Macht der mich jetzt fertig? Findet der mich toll? Findet der mich scheiße? Dass man dann einfach sagt, komm, hör auf nachzudenken. Wirst du schon sehen. Also mach dir Gedanken dann über ein Thema, wenn es soweit ist. Ich werde doch immer gefragt jetzt, wie ist denn das jetzt, wenn sie wieder depressiv werden? Und da sage ich, das ist eine Frage für Depressive. Weißt du, weil ich jetzt nicht jeden Tag aufstehe und denke, oh, bin ich jetzt depressiv? Ich habe jetzt schlechte Laune. Vielleicht ist das die Krankheit, die zurückkommt oder so. Sondern, dass ich jetzt sage, wenn ich wieder depressiv werden sollte, dann mache ich mir an dem Tag, wenn es soweit ist, einen Kopf. Das schaffst du? Ja. Ich habe das null drin. Also ich weiß nicht, was das ist, vielleicht dieses Künstlerding, dass ich das komplett ausblenden kann. Dass ich sagen kann, wenn es mir scheiße geht, dann mache ich mir einen Kopf und ich weiß sofort, ich muss nicht mehr diese zwei Jahre irgendwie im Nebel rumstochern. Und ich weiß dann wieder nicht, wohin es geht, sondern ich würde sofort in der Klinik anrufen und sagen, Wann kann ich kommen? Also das Katastrophisieren, das haben sie dir auch ausgeräumt? Ja. Das wirst du schon sehen. Du machst dir jetzt keinen Kopf. Also was passiert heute Abend? Weiß ich nicht. Das werde ich sehen, wenn es Abend ist. Das ist ja schon sehr achtsam. Das ist sehr gut. Super. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Ich schicke dir eine Sprachnachricht. In vier Jahren wieder. In vier Jahren oder wann auch immer. Wir tauschen heute auch Nummern aus, wa? Wir tauschen heute Nummern. Wollen wir das jetzt machen? Ich bin jetzt das zweite Mal. Wir sind jetzt sowas wie eine Familie. Wir sind jetzt eine Familie. Aber ich wollte dir sagen, wenn du mir eine Sprachnachricht schickst, ich liebe dich, aber ich werde mich vielleicht erst nach einem Jahr melden. Ich wollte dir sagen, ich antworte meistens spät, aber dann sehr kurz. Ja, ich auch. Danke oder ein Herz. Oder ein Jab. Gut. Nee, das finde ich nicht so gut. Der macht lieber so Emojis wie ein Herz oder so. Aber dieses, ich stelle so eine Frage, ein Meter lang und du sagst, Japp, das ist doch der Horrorgast für uns beide. Hattest du so einen Gast mal? Du stellst eine Frage und er sagt, jo. Ja, einheitlich. Wo das auch sich nicht entwickelt hat? Das hat sich nicht so. Da habe ich neulich schon gedacht, der wäre auch mal was für dich. Aber das erzähle ich. Wer war's? Das erzähle ich. Schick mir das mal als WhatsApp-Nachricht. Das schicke ich dir mal als WhatsApp-Nachricht. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, danke dir, Mats. Danke, danke. Danke für die Einladung. Das war Kurt Krömer. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Es ist wirklich schön zu sehen und zu hören, wie sich jemand verändert, wenn er irgendwie bei sich ankommt. Dieses Gefühl hatte ich während unseres Gesprächs ganz, ganz häufig. Es ist irgendwie, scheint mir, als wäre Kurt gerade sehr, sehr, sehr im Reinen mit sich. Wie schön. Ich freue mich sehr, dass er wieder da war und ich ahne, dass es auf jeden Fall lange nicht das letzte Mal war. In den Shownotes gibt es ein paar hilfreiche Links zum Thema Depression. In der kommenden Hotel Matze Suite Episode werde ich mich mit der Psychologin Ursula Nuber fachlich über das Thema Depression unterhalten. Die Folge erscheint dann am Freitag in der Hotel Matze Suite auf Apple Patreon und Spotify. Ich empfehle Kurt Krömers Buch Du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Das hat mich sehr, sehr berührt. Ich verlinke es auch in den Shownotes und ebenfalls werde ich den YouTube-Kanal verlinken, wo wir zwei Clips ausspielen werden. Ich freue mich diesmal ganz besonders, wenn ihr diese Folge teilt. Ich glaube, es war eine sehr, sehr besondere Folge sowieso und ich glaube, dass das Thema sehr, sehr wichtig ist. Ich kann mir vorstellen, dass es ein paar Menschen gibt, die nicht genau wissen, was mit ihnen los ist und die sich vielleicht in der Geschichte von Kurt wiedererkennen. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank an Lena Racholl für die redaktionelle Unterstützung, an Maximian Frisch für den Mix und den Schnitt, an Stefan Becker für den YouTube-Schnitt und an Jan Köppen für die Musik. Herzlichen Dank auch an die Werbepartner Taxfix, Clark und Novaphon. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Euer Matze. Ich wünsche euch einen schönen Tag.